so zweiter versuch also goldenes hässchen erst mal klub kaffee nehmen habe ich natürlich original nicht mehr original steht hier wasser und cola light energy schleich werbung ja wir haben beim letzten mal meine maus ist so schnell moment kann erst mal ein bisschen die audio hinsetzen ein bisschen hintergrundmusik ist immer gut dieser sitzung sound und die maus ist mir zu schnell warum auch immer 3 sowie früher in und das schweig immer so besser gut ja wir haben letztes mal brücke gebaut beziehungsweise ich wollte mir hier zwei türme hin bauen wo ich später glasböden rein mache dann werde ich die elektrik also die einzelnen bereiche mit der elektrik hierhin verbinden über stromnetze man kann auf einem fundament ich glaube sechs stück nebeneinander stellen deswegen finde ich das ganz cool und dann werde ich dafür hier für jedes ding und schalter in den turm rein machen einmal bei dem hier und einmal da vorne in den turm so dann haben wir zwei übersichtstürme über die komplette anlage die natürlich auch was höher liegt und ja wir können alles mit strom ein- und ausschalten hatte ich so eine ganz coole idee eigentlich ja und das werden wir dann auch dementsprechend umsetzen was ich jetzt hier gemacht habe ist erstmal nur eine profesorische zu hauptzuleitung gemacht die durch wahrscheinlich auf die brücke drauf da bin ich mir noch nicht sicher dass dann hier wirklich vielleicht in der mitte dass ich hier ein loch rein mache und von hier aus dann die ganze elektrik verteilt wird also innen innen rum wird das dann verteilt und hier am rand mache ich halt mauern hin und hier drin kann man arbeiten wo alles verdrahten und wie man zeit braucht ich habe jetzt nur eine leitung gemacht damit ich überhaupt strom habe jetzt lauf dahinten die pumpen laufen wieder hinten die ganzen gerätschaften die hinten sind die ölpumpen die erz die bohrer die der eine die kleine gas pumpe die laufen alle wieder hier die anlagen laufen alle und laufen in die schredder rein deswegen stehen die da immer schon am ende da wo diese mauern hoch gucken das sind meine so da wo die mauern stehen das sind die punkte wo wo die hauptanschlüsse sind also die hauptressourcen anschlüsse sind und den jeweiligen bereichen wenn man sich so ein bisschen sortiert habe da auch noch da geht das läuft auch das ist meine benzin produktion die läuft halt komplett in den schredder rein beziehungsweise das february also dass die fasern die da gebaut werden gehen hier in den schredder ein weil hier vorher eine anlage stand mit mit das gewebe gebraucht hat damit habe ich irgendwas produziert ich glaube es waren hier die die gas gas masten kartuschen da die filter dafür ja und alles was hier stand und base alles was wir abgerissen haben ist hier in den containern drin das hat man mal kompaktes umziehen schön kompakt verpackt so da sind keine ahnung wie viele anlagen da drin sind genug und bedenkt hier standen 40 raffinerien die sind alle ja wir haben hier hinten haben wir noch die anschlüsse für wasser also das sind vier rohre da könnte ich zwei draus machen wenn ich wollte hier haben wir ein nachgebaut da haben wir jetzt drei nur noch drei rohre aber dafür drei mal 600 kubik also 1800 kubik öl und da oben lang das ist die zweite line das ist vier mal gas also 2100 kubik gas das da gepumpt wird und mal gucken wie wir das gas verbauen also wie hat ich würde es hier gerne irgendwo hinsetzen am besten hier vor den wasserfall damit ich dann naja ich muss das mal gucken was ich aus diesem gas alles machen kann außer jetzt diese zwei neuen items und beziehungsweise für was ich das alles brauchen werde gut wir werden natürlich alle die alternative rezepte auch durchgehen also eine sache was ich möglichst reduzieren will auf jeden fall ist stahl weil wir haben nicht sehr viel stahl produktion das hier ist alles an stahl produktion was ich habe es reicht aber es ist alles was ich habe da ist die quarz produktion also da wird quarz zu kisten und zu silikat ja also hier sind die zwei sachen die darin produziert werden hier sind dann die stahl steel beams drinnen und die stahlrohre ja und das war es dann nämlich auch schon mit stahl gegebenenfalls erweitern wir den stahl mal das müssen mal gucken wir können da hinten also da hinten laufen erz kupfer und kohle lang sowie eine und da sind noch zwei pipeline die ich nicht benutze schauen ob wir die hier irgendwie anschließen oder sowas so gut warum ich noch zusätzlich diese firma gebaut haben und vor allem darunter so viel platz gelassen hat das können wir mal gerade zeigen hier in der mitte sollen die auf drei bahnen bzw auf zwei bahnen das reicht ja schon sollen die das bussystem mit durchgehen ich habe so gelegt dass man halt da muss man halt einmal abbiegen dann nach rechts ist nicht schlimm aber ich will gucken dass ich hier so viele fließbänder wie möglich durchkriege abgesehen davon dass ich nur noch mit diesen hier arbeiten werde werde nicht mehr mit den vier als mit den kleinen hier arbeiten weil die zu entfernen ist unnötig viel arbeit finde ich weil die die hier musst du immer extra antagen die hier kannst du einfach wenn du davon drei stück hast da gehst du einmal hin löschen steuerung gedrückt halten ziehst einmal hoch hast du alle gelöscht was hast du mit denen wenn ihr die bau ist dann ja dann musst du mal einzeln drauf gehen jeden einzelnen weil man den fließbändern und sowas auch die fließbänder bauen die automatisch dann baue ich lieber direkt so und ich möchte halt jetzt gucken dass ich hier also entweder bauen wir die also geplant ist eigentlich dass sie so gebaut werden so warum weil wenn wir hier ein fließband haben wir machen mal hatte als beispiel der stelle gebaut so einmal nämlich dann wenn man das hier macht ihr würfel dann kann man hier die würfel nämlich noch schön dran bauen und man kann sie auch theoretisch sogar direkt nebeneinander bauen und auch noch verbinden und die aufzüge die muss man dann halt die aufzüge muss man halt außen dran machen innen sieht natürlich kacke aus das macht man nicht geht auch gar nicht mehr dann aber wenn man das so machen würde man sieht ja wie viel platz man braucht also man braucht ein halbes fundament platz um aufzüge zu setzen nicht ganz aber ein bisschen also fast ein ganzes fundament deswegen ja so gebaut dann sieht es auch schön aus man kann auch hier die strommasten dann zwischen schön führen dementsprechend wie ich schon gesagt habe jetzt hier gehe ich jetzt einmal schön maus drüber alles auf einmal löschen wenn ich alles auf einmal treffen würde gut ja wie man sieht wie gesagt hier habe ich so ein zwei einzelne stromleitungen gesetzt unter anderem weil ich hier den aufzug haben wollte weil ich muss ja doch irgendwie auf die plattform drauf kommen sieht so ein bisschen aus wie eine bohrinsel oder so eine öl bohrinsel wird noch ein bisschen verkleidet wie gesagt hier in der mitte da kommt wahrscheinlich ein loch entstehen damit ich hier runter arbeiten kann und dann müssen wir mal gucken ob wir die brücke hier nicht irgendwie ein bisschen anders machen vielleicht auch dass wir die brücke so bauen dass wir darunter einen raum haben wo wir die elektrik reinlegen können und dann kann man immer von da oben runterziehen den strom so wie man gerade braucht ja und wie gerade die eine pipeline hier habe ich gemacht damit hinten die pumpen sowie hinten was angeschlossen ist öl und sowas auch strom bekommen übrigens ein lustiger den ich geben kann warum habe ich die inzwischen so hoch gebaut die große vorteil ist wenn man da wenn man da jetzt runter herläuft und wird nicht mehr da reingesogen wenn man die nämlich auf die höhe hier baut und man geht daran versehentlich vorbei flop ist man drin und jetzt muss man hier wirklich mit absicht da muss man springen damit man da reinkommt da habe ich jetzt unter anderem gebaut damit wir hier mal ein bisschen schneller hin und her kommen sieht doch gut aus ok bremsen sollte man nicht nicht mitten im rohr ist ein bisschen blöd wie gesagt hier hat man jetzt den vorteil man kann drunter her gehen und stört keinen mehr so was ich jetzt noch haben müsste ich habe jetzt hier nur ein rohr gebaut von der base hier hin damit ich überhaupt mal hier ankomme weil immer dieses hin und her gelaufen ist ein bisschen nervig hier haben wir jetzt aufgehört was ich gerade zeigen kann ist wir haben jetzt hier habe ich mir jetzt überlegt die etage höher zu bauen beziehungsweise wir haben ja jetzt hier acht mal 1 2 3 4 5 6 7 8 mal 5 also 40 fließbänder es ist hier nur von der anlage die 40 fließbänder und wir erweitern können die jetzt noch mal um zwei erweitern das heißt um ganze 16 slots sollte dann eigentlich reichen dass wir hier alles rein bekommen was wir produzieren können als ich gesehen habe ist dass ich die normalen modularen rahmen nicht die erste version nicht abgezweigt habe die hatte ich auch nicht mehr auf lager habe ich dann hier hinten noch mal eine kleine fabrik gebaut das sind die container da die sechs stück die da stehen die sind jetzt voll mit modularen rahmen mit normalen ja da ist doch mal so eine ganz eine kabel fabrik die habe ich einfach mal gemacht weil ich sie brauchte da stehen eine kiste müsste ich glaube ich mal entfernen die kiste warum auch immer die danach da steht haben ein paar akkus dahin gebaut zum ausprobieren ist jetzt hatte ich aber noch nicht kein problem damit und der rest bleibt ja unsere große brücke die lasse ich auch stehen natürlich wäre ja schön blöd wenn nicht gucken dass ich mal irgendwann schaffe die auszubauen wäre wäre schon mal blueprints hätte nur so ein blueprint hätte dann könnte ich die brücke in einem satz durchbauen man bräuchte halt nur die ressourcen dafür dabei so gut ja die beiden da habe ich abgeschaltet ich habe ja noch genug kupfer und eisen und ach du schon wieder habe ich nicht getötet ja den habe ich ein bisschen höher gesetzt das ist ein zement und da ist noch mal zement drin in dem loch so ansonsten ja alles baufläche und wir werden jetzt mal sehen dass wir anfangen das jetzt auszubauen bin ich gerade am gucken dass ich hier also also hier wird die grenze sein die möchte die grenze haben weil hier sollen die fließbänder mit reingehen also ganz rechts am rand und dann sollen die hier durchlaufen und dann so langsam richtung richtung ja wir reden kann es klar im vorteil richtung gut system so ja hier hätten wir ja dann unser erstes fließband sogar da haben wir noch eine fabrik die aber nicht mehr läuft da habe ich jetzt tot laufen lassen wenn man gerade gucken ob wir noch tickets bekommen haben ja ein bisschen produzieren wir noch hier tickets da ist nicht so viel und das geht immer langsamer leider gut ja wie gesagt hier wird die grenze sein das heißt ich werde ab hier an anfangen gebäude zu setzen und jetzt müssen wir mal gerade schauen also items wir haben eine ganz große palette von items und meine idee war jetzt dass ich von also nicht von oben nach unten anfangen und baue sondern dass ich rückwärts baue so die sachen die wir wirklich benötigen baue ich auch also die nukleare paste die brauchen wir nicht ja wie brauchst du nur für den aufzug später und die werde ich auch nicht mehr produzieren genauso wie die conversion cubes die brauche ich auch nicht die brauchst du nur um diese nukleare paste herzustellen so copper powder brauche ich nicht und selbst wenn kann man dafür eine kleine fabrik abstempeln die die produziert so plutonium und atom habe ich gesagt mache ich werde ich aber extra machen die werde ich getrennt machen von allem also mir kommt nicht in die all and one anlage mit rein ja und dann gucken wir jetzt dass wir abgepackt das nitrit brauchen wir nicht das wird wahrscheinlich ist es glaube ich soweit ich weiß später für den atom wichtig so das hier ist eine von den projekten der part 8 ist das deswegen hier auch part 9 hier ich weiß gar nicht ob du irgendwas anderes kupfer staub benötigt außer für die dinger hier daher werde ich auch die nicht produzieren erst mal wenn ich später sehe dass ich kupfer staub brauche dann ich klatsche dann zwei zwei fabriken hin kleine und fertig es reicht vollkommen um ein lager zu füllen gut das heißt das erste was wir eigentlich produzieren sind modulare rahmen und da müssen wir dann jetzt direkt überlegen als allererstes natürlich wie rum bauen wir die weil wir haben das problem dass wir dafür entweder benzin brauchen das wäre hier auf der seite wurde wir brauchen die nitrit nitrig 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 oder sowas so oder ich mache das komplett mit nitrogengas was ich persönlich besser finde weil hier ist natürlich gut weil durch die aluminium dinge hast du musst dann nicht die casings bauen aber die case sind so leicht zu produzieren da wäre das blödsinn das nicht zu tun so das kann man machen wie gesagt ist so aber sich überlegen muss man schon vorher doch mal nachdenken das problem modulare rahmen herzustellen ist nicht schwer getrieben gas habe ich mehr als genug dadurch würde ich das auch einfach mit dem nitrig gas machen so modulare rahmen wie viele will ich haben produktionsrate eineinhalb pro minute ich brauche die modularen rahmen für nichts obwohl doch später für die größeren sachen cooling system braucht sowas nicht die reden wir nicht drüber das sind auch diese projektteile so dann die casing das war die neuen items alle view full ja rede ich nicht drüber unnötig so was werden das nächste kanister brauchen wir sie brauchten wir nur um müll zu erzeugen oder halt um hinter mir die das benzin abzupacken betrim kohle ja ist müll produkt bei mir kommt bei mir sofort in den schredder nutze ich ganz selten mit gleich ändert sich das jetzt und das poly mehr ist das woraus die betrim kohle dann entsteht das poly mehr riesen das ist ein abfall produkt das kannst du wiederum in den petrium kohle soweit ich weiß umwandeln beziehungsweise hin dieses viele mit zeug jedoch nicht poly mehr riesen ach nee das war für gummi ich bin total raus schulen können wir wie gesagt auf mehreren wegen können wir aus dem restabfall machen finde ich super gut so mache ich normalerweise auch oder hier aus der mischung und dann eins zu 1 direkt das ist natürlich auch eine gute option fällt unter anderem nämlich dann noch der müll weg auf das wäre mal eine idee war wir haben ja eh da hinten eine wasserverbindung überlege ich mir ob ich die kann überlegen wäre glaube ich keine schlechte idee wenn ich die anlagen hier nach dahinten ziehe und ich habe hier vorne ja die ölproduktion gut wenn man einfach jetzt gebäude bauen habe ich dann genug material für alles dabei habe ich natürlich nicht die partikel bestäuniger den werden wir nicht so einfach bauen weil den brauchen wir nur für uran später beziehungsweise für atomkraft oder halt für diese projekt neun teile wo das plasma in den würfeln rein kommt deswegen muss ich das ding nicht so früh bauen zum glück kaffinerien werden wir sehr viele brauchen das mit dem rückwärts bauen ist gar keine gar keine gute idee sehe ich gerade vielleicht brauche ich doch vorwärts dann ist es besser wenn ich rückwärts bauen damit ich weiß was ich benötige und was ich brauche unbedingt aber es wird viel schreibarbeit gut wir fangen mit dem modell an einfach haben einfach machen so dafür brauchen wir den blender so genau ich muss jetzt mal zurück weil ich werde jetzt einmal alles einpacken was ich so für gebäude brauche die schmelzen ich wollte die schmelzen mit absicht nicht abreißen damit wir nicht wieder neu machen müssen dringend weil wie gesagt die produzieren ja alle wunderbar da kann man nachher umstellen dass sie vielleicht was anderes produzieren aber prinzipiell produzieren die genau das was sie sollen so also erstmals store gut wir nehmen auf jeden fall die hier mit die brauchen wir auf jeden fall so von den würfeln brauchen wir rohre brauchen wir platten brauchen wir eh immer rotoren brauchen wir immer rohre brauchen wir immer wir können uns ja hier alles nachträglich rausholen so kabel brauchen wir eh für manche gebäude auch kuppe brauchen wir normalerweise nicht selbst wenn da kann ich sie neu bauen holen konkret brauchen wir sowieso und kopf dazu und die controller auch so ich versuche jetzt einfach hauptsächlich das rauszuholen was ich auch wirklich brauche man kann immer noch nachträglich nachholen so computer nehmen wir mit davon nehmen welche mit motoren und stadttoren und kreativ auf jeden fall plastik einen stapel die zink werden wir nicht brauchen zum bauen also normalerweise brauchen wir nicht zu bauen aluminium scraps habe ich jetzt mit absicht aufgehoben mit kohle kann man wegwerfen so die motoren brauche ich auf jeden fall mehr davon brauche ich auch mehr schrauben wenn man stack mit schadet mich die beams stellen dann war auf konkret laden wir auf was konkret industriell wie ihm sind das ja motoren werden wir viele brauchen weil viele fabriken mit motoren laufen habe ich schon aufgeladen kupfer haben wir auch aber gehen auf 200 laden auch immer die plastik dinge langsam kupferkabel nehmen wenn man mit einem stapel computer habe ich da oben schon das war es war drin von dem würfel brauchen wir e2 die weekends brauchen wir gar nicht die rotoren da rein davon werden wahrscheinlich mehr brauchen ich gehe ich mal von aus so konkret nehmen wir mit logischerweise ohre haben wir das sind die ganz fließbänder dies bänder ohne ende so controller normale rahmen brauchen wir auch das weiß ich können wir wegwerfen sind die ganze aluminium schieß aluminium schieß hier vorne kann man nicht wahr sein kann doch nicht sein wir brauchen wenn ich nehme eine rolle von mit von dem noch mal eine rolle noch auf mit ok die aluminium schieb sind nicht hier vorne aber zurück sowie zur vorbereitung der einwandfrei und jetzt mache ich den kleinen trick durch dass ich jetzt hier schon beschleunigung haben nutze ich das aus und fliegen direkt weiter ja die tunel sind super geil wollen wir die dann mit dem beschleuniger dabei hast das doch geiler also wenn er da wirklich richtig rein katapultiert wirst so gut davon nehmen wir noch mal einen mit machen den anderen auch noch voll mission brauchen wir nicht pulver brauchen nämlich gewebe ja wir schauen jetzt mal was wir mitnehmen müssen rahmen habe ich die man habe ich platten habe ich kupfer habe ich bio zeug brauche ich nicht da drin also farpatron farpatron kommen später also wir werden auch ein bisschen farblich die sachen markieren so gummi habe ich schon reingetan dann nehmen wir mal einen zweiten mit vorsichtshalber leider was nach ihr aluminium nehmen wir mal zwei mit computer batterien brauchen wir gar nicht industriell brauchen wir auch nicht mehr super computer brauchen wir auf jeden fall von denen nehme ich noch einen zweiten stapel mit von denen nehme ich noch einen zweiten stapel mit das ist das problem ich wollte mir nämlich beim lager eigentlich mal so items daneben stellen damit ich sehe was fehlt muss ich auch noch machen so statoren hatten wir schon mitgenommen 100 200 stück glaube ich ja die brauchen wir nicht und die auch nicht gut dann haben wir alles stimmt hier war auch noch was drin in den containern ja anders so viel kram drin von den rahmen hier muss ich welche mitnehmen es gibt glaube ich ein oder zwei gebäude die brauchen diese rahmen auch glaube ich oder die neueren also die brauchen es auf jeden fall die brauchen die brauchen radioheats ich hoffe ich habe davon noch welche so den rest kann ich ohne probleme bauen genau die brauchen die das neue item denn die mk3 brauchen jetzt nämlich diese fusion rahmen was ich ziemlich was sie finde eigentlich strom muss ich mir keinen gedanken machen nur für atomen später das kann man das war mal alles später mit dem strom logistisch habe ich keine probleme nicht um so was machen wir auch später das ist dann mit quats und nehmen wir jetzt nicht mit transport sachen mache ich nicht das kann man gerne man kann das mit dem drohen port gleich mal machen mit den batterien dann aber jetzt muss man sich angucken so ich brauche jetzt aber eigentlich das ist nicht gut das ist gar nicht gut drehen und motoren drin hier sind noch ein paar teile drin die kommen alle den schredder ich habe gerade die befürschung dass ich diese radio kontrolle nicht mehr haben die waren da drin die radio kontrolle habe ich leer gemacht was brauche ich die denn nur für den blenden wir können die kapitän herstellen kontrollieren dafür brauche ich aus dem oszillatoren gut ist kein problem können wir notfalls vorne vor ort herstellen ging jetzt nur darum ob ich das irgendwie noch kaufen muss oder sowas noch mal gerade in die container gucken ob ich da was sagen so wir haben ein bisschen mehr beschleunigung damit das hier so ein bisschen schneller geht jetzt gibt es einen kleinen trick ich wollte ich will ja noch schneller werden dann fliege ich jetzt einfach hier noch weiter und zwar ein bisschen zielen aber ist eine möglichkeit wenn ich möchte kann ja auch jetzt bis dahinten direkt durch fliegen so so mal gerade gucken ob wir die radio kontrolle irgendwo finden gar nicht jetzt sehe ich schon wir müssen hier produzieren leider oszillotoren haben wir zum kiel weil wir haben eine fabrik für abgerissen für die oszillotoren echt keine radio kontrolle mehr wo sind sie denn alle hin ob ich die denn verschwendet weil ich habe sie gebaut das weiß ich bin ich mir sogar sehr sicher dass ich die gebaut habe gut egal nicht schlimm quatsch doch richtig wäre ist falsch hier Quatsch er quell quatsch 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 weiß ich mal wie das ging nein man konnte irgendwie dass es hält ich weiß gerade nicht wie die tastenkombination ist okay die brauchen verdammt viele aluminium sheets aber viele egal gut wir brauchen aber auch nur zwei von den bländern was auch ein vorteil ist wir können von oben bauen durch das jetzt hier ja hier jetzt hier alles schon ein bisschen höher liegt und schön alles von oben bauen so wir haben gesagt wir fangen etwa an der elektrik an das heißt von hier an das heißt im ersten baue ich hierhin so liebsten würde ich hierhin stellen ziemlich nah dran oder das passt schon so jetzt müssen wir gerade gucken ok ich gehe runter ist ja schon gut wollen ja platz sparen so so das ist nun mal also ein produkt nummer eins also sind diese beiden sachen die wir jetzt bauen möchten wie man sieht hier kommt später noch das ganze urangeschüsse dazu das ist gut zu wissen dass wir das im blender auch machen können was ist das hier so vorliegt wenn wir uns mal überlegen ob wir das machen vielleicht wasser kommt dabei raus also wasser so gesehen das abfallprodukt schauen wir mal wenn normalerweise haben wir das in der raffinerie früher gemacht so und wie gesagt alternatives öl kann man hier auch drinnen machen jetzt worte jetzt worte einfach ins worte so aber die gebäude sind dafür da für das hier und für das hier jetzt müssen wir natürlich schauen ich habe gesagt ich möchte dieses nitrit noch nicht benutzen also das möchte ich nicht bauen das wird dann später für atomkraft wichtig sein drückt bei reaction auf die grünen gas für das worte zeigt aus den oxen und exzellenz choice von full productions ok wie gesagt können wir uns überlegen aber wenn ich schon sehe dass da auch noch eisen mit rein soll ein bisschen unnötig also nicht wenn man die anlage kleiner halten will so bleiben wir bei den normalen rahmen 1,5 pro minute ist mehr als ausreichend wir können notfalls da stecken rein tun jetzt würde ich in der fabrik auch mit schnecken arbeiten damit sie kleiner und kompakter wird so und das andere produkt ist die cooling systems und da muss man auch mal gucken da würde ich lieber die hier benutzen einmal weil ich das gummi dann weniger brauche und zweitens weil ich von dem wie gesagt von dem gas das ist ja hier das nicht aluminium gas und das nitrogen gas ich finde es ein bisschen blöd dass das die gleiche farbe hat wie aluminium fluid aber ist nicht so schlimm ja das ist wieder in dem fall über die alternative nehmen dann spare ich nämlich den wasseranschluss wobei obwohl wasser auch nicht so das problem ist eigentlich muss man gerade aber was gucken ist das dann hier auch ja wie du gegen gas okay wenn wir mal schauen am motor und herzustellen ist eigentlich recht einfach statoren und das ist eigentlich ziemlich einfach herzustellen mit oszillutoren kann man sogar noch mehr herstellen müssen wir mal gucken was wir am besten benutzen gut so wir bleiben mal genau wir gehen hier auch das alternative rezept so aber ich würde denen dann vielleicht warten ich wollte noch nicht hier hin wir bauen jetzt erstmal das den weg von dem hier fertig gut dafür brauchen wir heavy modul raum das heißt wir brauchen ein manufacturer wo ist die grenze hier habe ich jetzt da gemacht am bein das heißt wir machen die grenze hier hin so wir lassen immer zwei fundamente dazwischen platz dann hat man genug platz um da irgendwie rohre und so was hinzubringen gut er braucht 1,5 heavy rahmen und dafür brauchen wir gerade schauen so der produziert zwei pro minute er produziert 3,5 pro minute und er produziert 2,8 bei wäre schon mal nicht schlecht dann hätten wir immer ein über der dann hinten ins lager reingehen kann oder wir machen direkt drei draus was ich sogar besser fände weil dann ist die anlage vorne immer voll wir können auch eine rück schlaufe mit rein machen dass dann jeder zweite wieder hinten rein geht kann man das dritteln das heißt dann würden zwei drittel in die in die fabrik gehen und ein drittel ins lager aber du kannst auch direkt so machen was das dann dann haben wir auch direkt ein paar mehr heavy rahmen die brauchen dann nur mehr ressourcen stahl ist wie gesagt nicht das problem und konkret ist auch kein problem bleiben wir hierbei wie gesagt und davon können wir dann schon mal einen abzweig machen das können direkt hier bauen damit wir es auch nicht vergessen leute los heute so jeder die will ich eigentlich ja nicht mehr bauen also hier die kleinen darunter ich mal gucken muss dann noch ein zweiter feststoff rein die aluminium casings die aluminium casings würde ich mir von ganz hinten holen also das wird aufs fließband gehen und da werde ich dann abzweigen das ist sinnvoller das nitrogen gas das muss ich halt nach vorne holen dann gibt es dann werde ich wahrscheinlich eine pipeline oder sowas mit an der seite lang legen oder vielleicht sogar hier unter der brücke her das auch eine idee und von da abknüpfen dann müssen wir aber hier was ändern weil dann gehen wir nämlich hier rein ich würde dich gerne schön haben so so nummer eins den anderen kommen dann schon mal hier in die richtung führen der wird dann in die pipeline reingehen jetzt einfach mal hier hin gut das wäre nummer eins wir machen aber den hier fertig wie gesagt so das zweite wäre aluminium casing die holen wir uns von hier rein so jetzt machen wir uns mal einen kleinen trick 17 das fand ich eigentlich immer ganz gut so und so wie ich muss jetzt muss gerade mal schauen wenn man teilt mit steuerung so dann sehen wir was hier rein geht oder was wir hier anschließen müssen so als für mich als orientierung wenn dann lege ich das hier drauf und weiß ich okay ich muss hier aluminium sheets anschließen damit das hier vorlaufen kann ganz einfache sache gut das nächste was wir dann noch machen machen wir jetzt hier noch direkt ein rohranschluss dran logistik genau auch nur ein anschluss ne ja ich brauche nur nitrogen gras dann machen wir den auch hierhin da wollte ich nicht ich wollte das haben 12 was richtig planung ist alles wenn die will muss da rein und 75 37 pro minute können wir doch ein kleines rohr anschließen gut und werden nur eins schon mal angeschlossen und er kann in ruhe dann 1,5 rahmen probieren und fertig ja kleines rohr genau ist ein kleines rohr so da wäre natürlich jetzt noch interessant ist dass ich da vielleicht so eine nitrogen flasche drauf stelle damit ich weiß dass hier ein nitrogen gas rein kommt müssen wir halt überlegen wie ich das genau mache ich die das gut an diesen tauern hier ist da können wir halt auch wasser ein können wir auch ein wasserrohr rein laufen lassen und da kommen wir das hier übers dach lauf oder unter der unter der brücke laufen lassen und von daraus einfach hier runter abknüpfen so richtig dass man richtig in der mitte so ein laufsystem hat so ich sehe gerade dass ich frame verlust habe aber ich sehe jetzt auch ich habe jetzt mal ein bisschen was geändert sein wo wenn du auch mal gucken willst kurz obwohl ja später zeigen ich habe mir jetzt bei ob erst mal die statistik anzeigen lassen und statistik kennen während des streams damit ich sehe wenn irgendwo was ausfällt aber naja ich habe halt wirklich nur stream verluste und das ist halt von ping da kann ich nichts gegen machen ja schon der sonnenaufgang gut so nummer eins ist fertig dann kommen wir zu dem hier so ich brauche hier modulare rahmen das sind moment und lachen waren ich muss auch wieder die tasten reinkommen so auf jeden fall konstruktor hier wir lassen wieder zwei stück frei ok in dem fall ein wenn man bei einem mehr platz nehmen so also brauchen auf jeden fall sampler stellen wir mal hier hin er passe genau drauf so andersrum eines sampler brauchen wir beziehungsweise muss ich gucken wie viel ich brauche so 18,75 modulare rahmen brauchen wir mit 20 machen optimal weil da geht der rest der überschuss nämlich ins lager so modulare rahmen wir haben hier haben wir zwei hier machen wir fünf pro minute und hier machen wir drei pro minute hat aber mit den einfachsten bauweg ist auch viel stahl drin da sind wir die platten eigentlich lieber mit schrauben als schrauben können mit massen herstellen im stück dann machen wir vier konstruktoren aber ich muss den platz ja ich muss sagen und damit mehr platz lassen da kommen so ein paar ausgänge noch dazu so vier stück von dem 1 2 3 4 stück auch immer ich jetzt die bomben draußen hatte aber gut bomben stimmung was nein ich will die sechser haben so machen wir das nicht also so viel gerade muss ich noch drin haben damit das ordentlich aussieht so fangen wir gar nicht erst an also übrigens wir können ja schon mal einstellen was wir bauen ach so ja mehr aber hier auch so wir bauen die modularen rahmen nach dem prinzip mit schrauben mit schrauben schrauben und mit schrauben so gut und hier kommen wir dann den ersten eingang direkt bei bad moment warte ich gerade noch muss ich irgendwas von der pipeline holen industriell beams würde ich hinten produzieren kann ich hinten irgendwo kühl konkret produzieren damit ich das hier nicht extra holen muss und wo sich einmal eine komplette linie nach hinten ziehen mit konkret gummi müssen wir auf jeden fall holen und holen wir wollen ganz hinten das heißt da geht ein material auch da rein und hier gehen die schrauben rein schrauben würde ich auch hinten produzieren das heißt zwei fließbänder kommen von hinten rein drei fließbänder ja drei fließbänder kommen von von vom vom bussystem hier rein das heißt so wie weit habe ich die gebaut bis hierhin so wie lassen wir einen platz zwischen das system wird ziemlich wichtig ich merke schon so da müsste jetzt rein schrauben gummi und das übrigens also na komm schrauben und gummi haben wir gesagt so und das hier machen wir jetzt neu weil würde das gerne im optimalfall direkt von hier aus da rein laufen lassen das heißt wir bauen den hier ab und drehen das nämlich hier um den spieß so machen wir hier den kollektor würfel rein so wenn die nämlich direkt da rein anschließen dann haben wir ja auch eine schöne gerade hast du gut gelöst das ist ein guter kerl der kandidat hat 20 gummi punkte so gut bis hierhin angeschlossen wunderbar die sachen holen wir uns später vom band da müssen wir dann jetzt das gute daran ist nämlich auch dann kann ich nämlich am ende wenn ich die alle hier rüber gelegt habe die bänder dann kann ich hingehen und kann sagen okay ich glaube jetzt von hier oben zu dem turm unten lang okay immer links und rechts wie viele ich brauche und gegebenenfalls ich könnte natürlich jetzt auch noch ganz krass machen stimmt eigentlich könnte ich sogar machen wir brauchen hier 390 schrauben pro minute zwar ich mache mal jetzt das ganz ganz intelligentes so um das noch mal so ein bisschen zu verfeinern muss ich mir zwar jetzt gleich ein bisschen mehr material holen ob sich für die zig 90 treffen so jetzt legen wir uns einfach hier 390 drauf dann weiß ich was pro minute in das gebäude rein muss das heißt ich muss auch nicht jedes mal zu den gebäuden laufen und schauen was ich brauche 11,25 das natürlich scheiß 11,25 ist scheiße ist egal gut wir haben manchmal zwölf draus fertig haben wir zwölf draus immer aufrunden an die schaden wo waren die industriebeams so und zwölf gummi brauchten wir 75 ok wir müssen uns jetzt natürlich schon öfter material holen ist der einzige nachteil aber wie gesagt ich habe dann die sachen alle hier vorliegen das ist gut und kann dann nach danach direkt bauen und sehe sofort ok ich brauche so und so viel split 70 das können wir jetzt hier auch noch mal machen ich mach mal hier noch was anderes man muss das reinkommen das heißt ich mache hier was was rauskommt sind motoren gewesen heavy module haare ich lege das ein bisschen weiter zurück ein fundament weiß ich da was hier rauskommt so machen wir doch da machen wirklich auch eins draus damit ich dann weiß okay die kommen hier raus gut und wir müssen jetzt hier von dem ding ins rein und man 70 aluminium schieß aluminium ich muss mir auf jeden Fall neue holen komme ich nicht drum rum so so praktisch naja man kann von weitem sehen was man haben muss wenn ich darüber gehe sehe ich sofort ok 75 390 12 ja sehr gut sie sagen einfach machen so wird natürlich jetzt hier interessant weil wir jetzt ja hier natürlich mehrere beude haben also reinforcement place machen wir auch aus schrauben dann ist natürlich die der gedanke habe ja davon noch zwei minen haben dass wir die vielleicht hier produzieren also dass wir die direkt hier produzieren anstatt die nachträglich zu bauen so wir können schrauben auch aus reinen barren machen aus ein waren was natürlich sehr gut ist und wir können und wir machen ja eisenplatten das heißt wir hätten die produktion hier direkt müsste man mal zählen wie viel wir dafür brauchen ok reinforcements sind auch sampler wir lassen hier zwei fundamente wieder platz also wie viel produzieren denn damit also hier ich würde den produzieren am besten mit schrauben weil dann könnten wir sogar die schrauben direkt nach vorne holen und müssten sie gar nicht vom band holen das wäre ja eigentlich sehr intelligent oder hier machen wir fünf und hier machen wir 15 15 hat sich sehr gut an 5 brauchen wir hier das heißt die hier alle voll zu machen was produzieren hier gerade die complete platten brauchen wir 20 wir sind ja jeweils fünf stück richtig richtig also entweder geben wir dem hier noch ein bisschen gas und die prozent wir aber scheiße bei dem wir produzierten das letzte rezept das wären 5, irgendwas total scheiße das ist 3,75 ist auch scheiße dann bleiben wir mit den schrauben rezepten einmal fünf und dann brauchen wir noch einen zweiten wo wir den noch mal auf fünf machen auf fünf schrauben so richtig genau fünf pro minute und passt das dann haben wir genau 20 das ist natürlich jetzt blöd hier eigentlich müsste ich sie alle eins höher bauen damit ich halt diese blöden stellsten nicht habe wir machen das ist einfach mit würfeln ordentlich also der würfel muss hier so dran ich glaube mache ich den würfel hier ein bisschen schräger hin schadet ja nicht genau das ist ein sammelwürfel da kommt er genau hier hin zahlt man ausmachen hier eine kleine aber ist nicht so schlimm gut und die haben das verbessert mit der animation also mit dem weifen das jetzt auch wirklich reingehen ok hatten sie vorher ein problem gehabt es war vorher nicht so schön so und hier den letzten 12 mit der hier genau so rein geht so machen wir hier hin so verteiler würfel und das ist das was ich meinte mit der soll soll nicht mittig sein das war jetzt hier totaler blödsinn da muss er hin sonst funktioniert das nicht auch ein verteiler würfel so orientierung wie ich ziele ich versuche unten immer eine linie zu finden und bei den button buttons unten in der leiste man hat ja unten die ganz unten die sitzt ganz unten diese leiste in der mitte dann schaue ich dass ich bei der button 5 da wo mein gestell drauf ist und button 6 wo mein später drauf ist dass ich damit die mitte treffe von dieser linie hier jetzt von der silbernen unten wenn man das sieht also hier diese diese linie hier versuche ich hier mit meinen beim bauen zu treffen mit meiner links und klar und hier kann man natürlich jetzt bei den rezepten sind gerade zwei items da kann man natürlich jetzt genau hier auf so eine tür zielen das ist halt sehr praktisch dann hat man eigentlich fast immer eine gerade ich meine es macht jeder anders aber das kann ich als tipp geben ja gestell oder latte oder ständer ein harter stahl ständer wenn die sind aus eisen gebaut so diese perversen hier ist gar nicht so einfach mit dem ziel manchmal das reicht jetzt aber und dann da rein das habe ich gar nicht vorher geguckt weil ich das ich habe jetzt bestimmt dass die im fall schon gebaut habe ich das nämlich schon fertig gebaut hier ich schlau kopf und aber bei den eingang hierhin gebaut den ich gar nicht da haben will weil das zweite item was wir brauchen sind schrauben und ich werde jetzt hingehen und dann die schrauben nämlich hier vorne produzieren was ja wesentlich intelligenter ist sobald dann spar ich mir nämlich hier oder hole ich die schrauben doch von unten und dann müsste ich die schrauben für hier auch von da holen und dann wird es langsam viel weil 250 500 dass sie sind ja schon mal 500 schrauben dafür brauche ich schon mal quatsch müssen wir zählen wir schaffen mit einem fließband schaffen wir 780 ressourcen jetzt muss noch mal hoch zählen also hier brauche ich 250 310 310 310 geht schon los 310 310 plus 140 280 560 so sind schon mal sind wir schon mal bei 870 das heißt wir brauchen schon 22 fließbänder also schon mal das erste was wir haben also so haben wir hier schon mal so viel da brauchen wir noch mehr schrauben das muss man gerade gucken und vielleicht sogar zwei fließbänder draus machen müssen hier brauche ich dann noch mal 390 plus 390 sind wir schon bei 1260 also da brauche ich auf jeden fall zwei fließbänder weil die schrauben werden natürlich nur du kannst du 870 liefern die größeren fließbänder werden wahrscheinlich mit dem nächsten großen patch kommen wenn überhaupt also mk6 hast du da kann ich sagen ich kann die alten rechnungen nachgucken so wenn wir jetzt noch noch irgendwo was haben mit schrauben hier kommt keine schrauben rein zum glück ok 1260 schrauben sind wir schon also wäre es eigentlich schon gut wenn wir hier die schrauben für den hier selbst produzieren wobei das selbst für hier schon zu viel zu wenig wäre wobei das sind wir jetzt hier schon mal sowie zur planung jetzt wollen wir natürlich dazu bedenken ich kann das jetzt gerade alles aus dem kopf heraus es ist nicht so dass ich da irgendwo einen plan direkt im kopf habe halt alles aus erfahrung und na ja immer zeit macht so da kommen die schrauben jetzt dran und dann machen wir hier haben wir hier eine schrauben produktion und müssen wir die gebäude aufteilen das kann man ja machen das ist auf jeden fall besser normal so wie geht es dir alles gut bei dir bin also bin müde kinder war anstrengend heute ja einmal bedenken wollen nach dem wetterumschwung wieder sind die kinder momentan sowieso alles so ein bisschen ich wollte gerade sagen spezieller noch ein bisschen aufgebracht hat also zumindest von den 23 leuten wo ich weiß die kinder haben und mir das gesagt haben dass die kinder wegen dem wetter momentan ganz schön stressig sind so gut das heißt wir machen jetzt doch eine schrauben produktion hierhin das muss man gerade schauen wie viele schrauben wir produzieren können mit einem gerät und wir brauchen die ja nicht mehr ich könnte gucken sind sind die das nicht immer okay unsere küchenfrau hat sich in den fähigen städten richtig übel und weil dir dann nennen oh gott eine spülmaschine aber so ist das halt arbeitsunfall und so ne das wäre natürlich das beste mit stahl also die produzieren 50 50 schrauben und die produzieren 260 ok ja ich werde stahl schrauben machen weil das geht dann ein bisschen fixer so wir hatten den rechner gehabt das waren 1260 so davon zurück so 260 einmal runter es sind fünf fabriken die wir brauchen fünf fabriken und dann haben wir uns kurz also mal 260 kann ich eigentlich im kopf rechtens in 1300 aktuell brauchen wir 1260 hätten 40 schrauben über das ist okay das heißt wir machen von denen jetzt fünf stück dann hätten wir aber hier alles versorgt alle für alle die komplette produktionslinie hier 1234 und fünf so nur aber aufpassen mein 260 sind 400 520 sind 780 das heißt ich kann drei stück drei von denen kann ich auf eine linie schieben das erfordert wenn man hier so viel platz lässt weil ich kann nämlich jetzt hingehen und mache hier einfach zwei nebeneinander aber sammler bitte machen wir gerade den ersten nach vorne hin ja hier muss sind die richtung dann jetzt kann ich mir überlegen ob ich dann da zwei mache oder da oder drei machen oder hier zwei machen da drei okay ich brauche hier das habe ich seit 140 280 520 520 das heißt es sind zwei von denen hier richtig perfekt und machen wir hier die zwei rein und da die drei rein sehr gut ach ja kopf gut dass man das ich den kopf recht nehmen ziemlich gut war in der schule das hilft ziemlich so gut dann gehen die eigentlich darüber die anlage muss ich gleich mal kontrollieren und die gehen hier rein das aus wenn es hier so umgeht doch eigentlich sehr sauber aus oder kommen doch eigentlich schmecken oder wenn ja noch ein gestell die darunter bauen einfach nur zur optik sieht das auch ordentlicher aus bin ich doch zufrieden was da rein das geht dann hier ums eck das sind die hier schon versorgt das heißt da muss jetzt nur stahl dran insgesamt 25 in dem fall genau doch aber die steht auf dem boden diese spielkästen sind so verdammt schwer okay also die scheiße das ist scheiße gut was wollte ich jetzt noch da geht jetzt stahl rein stahl holen wir uns dann nachher da von vorne das heißt wir müssen die anschlüsse nach da machen kommen da so nicht drüber ich muss da so drüber also an der stelle haben wir hier immer testen mit den polen wo die kanten sind die haben sie verbessert früher ging das gegen die anlage bis hier vorne hin jetzt geht die anlage nur noch bis hier hin das finde ich auch ganz gut dass sie das gemacht haben das war doof übrigens der falsche würfel auch ein verteilerwürfel dahin wir sind die konstruktoren auch inzwischen genau ein fundament breit es waren sie früher auch nicht und hier wäre jetzt die idee dass wir dann den aufzug hin machen direkt mit wir hier über die anlage drüber gehen können entstehen wir der anlage nämlich hier nicht im weg können die normal befüllen weiterhin so wo ist sogar die richtige richtung es war ein bisschen komisch gebaut aber es funktioniert bis hierhin gehen wir jetzt man kommt da nachher stahl drauf dann habe ich gesagt komm brauche ich jetzt fünf gebäude und es sind ob es falsches gebäude aber was ihr wollte ich haben fünf stahl pro gebäude und wir haben fünf das heißt 25 stahl brauchen wir hier kommt der auto safe trinken ja für den stream muss ich mich ein bisschen entschuldigen wie gesagt das internet ist da so ein bisschen nerven also weil ich habe jetzt die statistik zurzeit laufen von obs und da sehe ich dass es nicht mehr am pc liegt also es liegt nicht am pc punkt das heißt nicht mehr sondern es liegt nicht am pc das weiß ich halt jetzt so 25 stahl brauchen wir so weiß ich was hier rein muss so dann ist die linie komplett versorgt richtig richtig habe ich auch schon alle ausgewählten heißt nur noch anschließen und dann los geht's so und die beiden ich drehe noch gerade hier was um aus optik gründen die drei hier sammlerwürfel so da kommen wir dann hier schön ins 2 ordentlich und sauber hier einführen es fällt mir gerade aber ein was ist eigentlich hier mit diesem gebäude ich die mit eingerechnet hier die beiden jahren sind jeweils 60 also 120 weil ich die mit eingerechnet nicht das kann ich im taschenrechner eigentlich kontrollieren sogar es waren doch die 160 plus die 290 nirgendwo oder 190 was oder selber gucken ich hatte mich jetzt hier vertue 60 an dem moment genau hier das waren die 60 plus 250 310 genau sind 310 schrauben das hatte ich auch im taschenrechner stehen immer jetzt gerade ein taschenrechner aufgerufen deswegen nicht wundern 310 und vorne sind 560 das heißt das heißt von dem einen ich würde von dem äußersten müssen wir dann nochmal einen teiler rein machen ich brauche ja darf 320 nirgendwo sogar war ich sogar sehr viel da machen wir den teiler rein ist nicht schlimm das schadet nicht können wir gleich machen so jetzt muss ich gerade mal gucken wo hier die schrauben dran kommen das ärgert mich jetzt muss ich das hier umbauen ich bin direkt wieder da ich muss mal ganz kurz telefonieren so sorry ich bin sofort wieder da entschuldigung so wo waren wir ich habe kontrolliert wegen den schrauben da ist natürlich jetzt der gedanke gut dass wir also noch ist es ordentlich deswegen würde ich das eigentlich auch gerne beibehalten und tun wir hier gerade mal das gummi umlegen die brauchen wir nicht mehr die schließen wir an 75 gummi das tun wir jetzt hier hin man kann auch die zahl eingeben ok 75 gummi hier drauf dann reißen wir das hier wieder ab ich bin mir das hier schöner gebastelt machen wir halt die kurve rein ist nicht schlimm wo ist hier der eingang hier auf der linie so schnell es kurve rein machen dann sieht das auch gut aus gut wir lassen wir hier schön rein laufen alles was das gut wenn die schrauben da angeschlossen komplett hier auf dem fließband laufen jetzt 780 schrauben muss man dazu sagen und damit wir hinter uns die anlage mit verbinden tun wir jetzt hier noch einen rein machen gehen wir dann nach hinten laufen lassen und auch ordentlich aussehen bis hierhin hätte ich auch enger bauen können ja hätte ich auch enger bauen können ich will eigentlich genau da vorbei so so und der muss jetzt jetzt muss ich gerade überlegen hierhin darauf was genau wunderbar würfelchen zu verteilen damit das genau hier drauf kommt das wäre sehr schön aufpassen sich da jetzt nicht irgendwie hier muss man leider immer gucken das ist total nervig manchmal stört es dann doch ziemlich guck mal hier jetzt habe ich dachte ich muss eins hier rüber dann habe ich sie nicht bekommen also manchmal ist es immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig dann haben wir die schrauben ja auch angeschlossen dann haben die beiden ausschrauben und das mehr als genug sehr gut das heißt für uns fehlen jetzt hier nur noch eisenplatten eisenplatten würde ich eigentlich hingehen und die dann hier mir ran liefern lassen das fände ich persönlich eigentlich schöner jetzt immer das problem hätte das hier über kreuz baust du hast immer irgendwo etwas was nicht ganz so schön aussieht leider immer das so sind wir auf der höhe von dem und hier bauen wir 12 immer immer zwei rüber ganz wichtig hat man nämlich immer den schöne gerade so und hier wenn wir mache ich das jetzt so oder ich mache das schön nah dran nah wie es geht verteiler würfel sind zurückgehen damit man besser zielen kann so und das waren jetzt wie viel 90 eisenplatten pro minute und 120 also 30 30 plus 90 120 legen wir jetzt wieder hier drauf weil die möchte ich jetzt hier nicht noch produzieren weil ich kann ich mir die kann ich mir dann noch von hinten holen 120 obi hatte keine 100 doch haben wir noch so 25 120 haben nämlich auch nicht ganz so viele anschlüsse die hier auf dieses bussystem gehen also ich möchte halt auch nicht übertreiben das ist halt das wichtige dabei gut also das ist angeschlossen das ist angeschlossen von beiden seiten die schrauben die schrauben werden hier auch komplett produziert hier kommt das stahl rein alles 7 wäsche auch noch fertig alles auf einmal es leuchtet immer noch nur weil ich da mit der maus einmal rüber gegangen bin eigentlich ganz cooler effekt aber ist ein bug so also hier läuft alles zusammen die 780 stück werden dann hier geteilt einmal rechts in die anlage und links in die eine anlage hier in den einen blender das ist schon mal gut so dann haben wir hier nämlich schon mal die schrauben versorgen die 390 das gummi und die industrie beams holen uns von da und von da kommen die die modularen rahmen so von dem modularen rahmen das sind passen gewesen wir müssen halt mal schauen dass wir da irgendwie eine mehr bauen das modularen rahmen auch noch produzieren für überschuss die machen wir ja ne ob moment stopp 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 wir müssen ja nur 18,75 rein und vier stück also ein achtel muss weg und 20 richtig und wenn wir gerade überlegen ja ein achtel so wenn ich jetzt nicht ganz im kopf falsch liege das heißt wir gehen jetzt hin und teilen von dem teil hier nochmal weil wir werden ja fünf produziert so von den fünf kommen dann jetzt welche hier mit rein und werden hier drauf geliefert und die anderen überschüssigen und mehr die hälfte so gesehen geht dann raus und geht ins lager rein das heißt wir haben wir haben dann die modularen rahmen als produktion abgefertigt schon legen wir mal hier einen drauf dann wissen wir auch okay hier sind modularen die wir produzieren da drüben sind die schweren modularen rahmen die wir produzieren wovon welche dann direkt ins lager gehen ja perfekt wunderbar genau so soll es sein dann haben wir direkt zwei sachen zwei fliegen mit einer klappe geschlagen er ist voll versorgt und überschüssig geht raue geht ins lager wunderbar das gleiche prinzip das gleiche spiel können wir auch mit den schrauben machen wir produzieren bei den schrauben aus produzieren 1300 schrauben und wir brauchen 1260 das heißt wird sich schrauben bleiben immer übrig und die 40 schrauben können wir gehen drei rüber hier gehen zwei rüber dann wäre die idee dass man hier abknüpft einen der beiden anlagen weil das natürlich sehr wenig sind also viel zu viele sind eigentlich ich bin eigentlich gerne von etwas was schon wo es schon verbraucht ist abknüpfen aber das klappt so natürlich nicht also wir haben ja jetzt schon rausgebracht dass du rohre hast also ventile hast für die rohre dass durch die rohre nur ganz eine bestimmte menge von gas oder flüssigkeit durchgeht das hätte ich jetzt gerne auch noch für wie hier also für die gestände das sehr cool aber dann wäre die idee einfach hier später reinzubauen wer übergeht machen wir auch wenn man damit das lager füllen und dann hätten wir schrauben auch schon abgefrühstückt jetzt müssen wir nur einen schönen winkel finden hier ja hier ist gut irgendwas berühre ich hierbei das schlecht mittig das ist ja ist falsch richtung ich würde gerne mal normal umdrehen verstehe ich nicht warum das nicht geht und auch so machen fällt mir gerade ein nee das geht ja zwei hoch ich vergesse es jedes mal dieser auto selbst vergesse ich jedes mal dass es jetzt zwei hoch geht naja gut dann müssen wir die dinger doch bauen und ich zwar nicht gerne aber so hier kommen dann schrauben raus dann haben wir die schrauben nämlich auch und das lager ist halbwegs schnell voll also bei schrauben ist das lager echt schnell voll weil wenn man da 200 oder sowas produzieren dann ist das ich bin schon wieder falsche menü dann ist das jetzt auch etwas was sehr schnell macht ist so hier kommt ein aufzug dran er dann in die richtung geht und wird da angeschlossen dann haben wir schon mal drei ressourcen komplett abgefrühstückt und das andere sind jetzt die konkret platten konkret platten wiederum genau die haben wir uns die haben wir gesagt die holen wir uns schrauben ach so ich produziere sie ja schon genau 20 stück das heißt hier hier sind sie extra und was das und dann dürfte das jetzt eigentlich fertig sein oder hier werden die platten hergestellt hier haben wir alle anschlüsse für schrauben da müssen die steel beams jetzt noch dran es ist kein produktionsgebäude so für die modularen rahmen die reinforcements sind hinter uns und die schrauben werden nachgefüllt das machen die fünf da gut die produzieren dann jetzt dann die modularen rahmen die hier mit reingehen sowie die schrauben die jetzt hier reingehen und dann haben wir die heavy modulare haben schon mal produziert das sind 3,75 wenn 3,75 geht jetzt die hälfte dann wird gemacht natürlich die hälfte aber die hälfte geht rüber aber sind 3,75 das passt schon weil wir gehen nur 1,5 rein so und hieraus bauen wir dann die modularen frames wunderbar ja nun ist das erste end item plus drei weitere items fertig und naja man kann doch zumindest behaupten wenn man nicht zwei landet sieht doch schön sortiert aus wenn wir jetzt hier alles durch die mitte führen ich muss auch überlegen ob ich diese rampe hier vielleicht abreißen weiß ich noch nicht also diese innere rampe dass das nur von draus außen her gestützt ist überlegen mal gucken schauen wie dick das bussystem wird weil letztes beim letzten bei der 3.0 hatte ich ja hier drei bussysteme also drei linien insgesamt die dann hier vorne alle zusammen getroffen sind und dann sind die hier durchgelaufen ich würde gerne schauen ob ich das ohne das hinbekommen also ohne dass ich also dass ich wirklich dieses mal nur ein bussystem haben ein nachteil davon ist wenn man nur ein bussystem hat ist das verteilen weil wenn man von irgendwo abgreifen will deswegen ist es eigentlich besser wenn man mehrere hat gegebenenfalls dass ich dann da links noch mal eine vorbeiführe unter rechts damit man drei hat die zusammen laufen im ende muss ich mal schauen weil wenn ich sonst abgreifen will von denen dann muss ich die halt ziemlich weit auseinander bauen das ist das problem wenn ich hierhin noch baue gar nicht habe ich hier hier müsste ich so gerade drüber kommen kann man schauen schauen wir mal gerade das genau darüber passt oder ob das schon drinnen ist wo das über haar scharfen also man kann noch durch gucken also mit viel großzügigkeit kann man durch gucken und er sagt sie ist die maximale grenze ja und dann können wir mal überlegen jetzt die hier alle also du brauchst eine breite allein führenden aufzug aufzug führenden dann sehen wir das direkt also hier ich kann von der untersten linie nicht abgreifen damit sieht es dann scheiße aus ist egal okay haben wir einen hoch gebaut so das ist jetzt die breite nah und dann jetzt muss man bedenken das heißt ich dürfte ihn nur hier hin bauen damit das nicht sich überlappt oder zur scheiße aussieht also so könnte ich dann auch rein in den würfel reingehen ich bin sogar noch eins weiter werden man würde jetzt so bauen das zu sagen dass wir hier auf die äußersten linien gehen es wäre auch eine idee wie viel breite ist das hier so wäre das jetzt da ein fließband dran machen das ist jetzt hier nur eine ausprobieren ob das jetzt wie das aussieht so also so würde es ganz genau passen wie man sieht das heißt wir müssten genau hier den abstand haben von wo einer genau zwischen passt und da nicht überlappen oder nach links und rechts immer platz ist das heißt da wird ja schon mittig das ist schon scheiße das ist so mit den aufzügen ist andere lösungen anderer gedanken wir können die beiden in der mitte eng beieinander liegen lassen also möglichst eng und machen nur links und rechts eine eine verbreiterung lassen uns das mal kurz setzen so das heißt 12 da können wir noch strom zwischenlegen gut und hier müssten wir jetzt so breit werden damit das passt dann haben wir ja genau den platzen und hat gucken dass sie mal weg nein ich den fuß abreißen wo dass es hier keine physik gibt in dem spiel aber gerade das aussieht so das würde dann so aussehen dann könnten wir hier würfel rein machen optisch super passen oder man muss natürlich gucken dass die würfel dann nicht übereinander liegen oder nebeneinander liegen weil die natürlich platz nehmen aber die sind ja versetzt alle die anschlüsse und wenn wir alles auf die gleiche höhe bringen dann können wir nämlich auch hingehen weil das hier eine etage höher ist und die aufzüge nach unten machen und hier unten rein laufen lassen direkt doch gefällt mir dass das lassen wir so so gute idee dann kriege ich nämlich auch vier reihen hierin kommen wir auch hier glaube ich vorbei das müssen wir gerade kontrollieren ja dann kommen wir hier auch noch genau vorbei muss ich diese rampen hier noch nicht mal abreißen für und das sieht gut aus okay bleibt so und hier kommen wir nämlich dann auch sehr schön anschließen da müssen wir natürlich ein bisschen zurückgehen es war jetzt scheiße gesetzt deswegen also muss normalerweise wie war das immer ich glaube vom dingens 1 2 3 4 vier stück damit man runter kommt das ist das minimum was du haben musst besser geht es nicht also und die vier stück sind auch der aufzug breiten wenn man jetzt guckt 1234 ist auch die breite vom aufzug genau wobei der aufzug noch eins breiter ist und der optik her so ja gut wunderbar dann lassen wir das auch so so also hier haben wir die anlage soweit fertig wir kommen schrauben raus hier müssen steel beams rein und hier müssen eisenplatten rein und 120 stück sehr schön sortiert wenn man weit genug plant dann kann man das auch voraus planen das verstehen sogar leiden dann wenn man den einmal sagt pass auf was ein fundament weiter liegt ist das was rauskommt oder da steht nur eins dran und das was ganz vorne an liegt das ist das was drauf muss und wieviel drauf muss steht dabei in dem es drauf gepackt wurde in der anzahl besser nicht machen so haben wir nummer eins fertig hier ist noch eine pipeline da müssen wir dann das müssen wir später zählen da könnte ich natürlich jetzt überlegen dass ich da noch irgendein item drauf lege was ich vielleicht zu viel habe es gibt kein natrium item dass da also meine aluminium fluid könnte ich das hier drauf legen für aluminium ich könnte aber aluminium casing da oben drauf legen als zeichen für natrium zeichen muss ich da drauf legen ich habe noch keine ahnung wie ich das mache vielleicht kann ich sagen in der farbe machen das ist eigentlich keine schlechte idee dafür müssen jetzt die paint waffe dabei haben habe ich natürlich jetzt nicht eine gute idee wir machen das wird paint fahre machen wir die gas dinger machen wir als ich nicht gelb aber wasser gelb wasser ist blau wasser blau luide aluminium fluid silber gas fluid keine ahnung lassen das sogar so das ist halt das was ich schade finde das halt dass die droger an nitrogen gas dass das gas auch silber ist weshalb metall gas und strom gut also modulare frames haben wir jetzt das heißt das nächste gebäude das setzen wir natürlich jetzt genau daneben wäre weil wir natürlich jetzt mit blende aufpassen müssen dass wir uns hier nicht in die quere kommen oder mal hier ein bisschen rüber dass wir da noch ein bisschen platz zwischen den gebäuden haben jetzt nicht ganz wenn sie man das besser er ist ein bisschen breiter als zwei fondamente der blender kleines bisschen breiter so und für den brauchen wir jetzt die cooling systems die würde ich auch gerne mit mit reinem natriumchlorid machen der natrium gas das heißt hier sind auch motoren drin sehe ich gerade tun produzieren wir noch nicht also in der modula rahmen denn das heißt wir könnten nämlich hier das hier sogar noch anders bauen weil wir brauchen ja dann noch mehr natrium hier bauen das direkt hier und bauen direkt hier dran was steht das ding hier steht das so 12 nach quatsch woche moment wie viel brauche ich dann da 45 pro minute und 37 also 70 das heißt wir brauchen auch nur das kleine rohr so im bestfall wenn das jetzt wirklich optimal ist jetzt natürlich nicht durch ich habe es mir fast gedacht okay das hier wird sowieso nicht dass sie jetzt nicht die endstelle ich nehme an das wird hier so mittig werden auf säulenhöhe weil wir müssen ja hier auch noch runter kommen wenn wir das hier außen bauen das heißt ich baue das jetzt mal hierhin das rohr ausnahmsweise vielleicht schauen dass ich hier irgendwie so eine linie finde das wäre natürlich super und bauen das eben später noch mal zurück also verbessern das später noch mal aber so können wir jetzt genau komplett reingehen und hier mal direkt die kreuzung drauf damit wir es auch nicht vergessen sowas macht der gewohnheit bin ich immer am drücken für ich wollte ich nicht machen auf fließbänder wenn ich irgendwo raus geht rück ich mal direkt fließbänder als erstes und macht der gewohnheit so wäre das theoretisch schon mal angeschlossen jetzt müssen wir hier natürlich schauen sieht so schief aus egal gut motoren und heat sinks so für die heat sinks brauchen wir einen konstruktor dann machen wir aus aluminium sheets oder direkt aus dem aluminium testen also wenn ich kann wenn ich eigentlich so der freund davon der sich das gummi wegnehmen wenn ich kann aber wir jetzt erstmal und dann bauen wir jetzt hier auf die höhe erstmal die beiden sampler ja wir versuchen natürlich ein bisschen eng zu bauen das heißt ein bisschen eng versuchen eng zu bauen und das sinn macht wir haben kein kabel mehr ich habe nicht geguckt wie viel wir brauchen also ok jetzt muss man gerade noch mal gucken ich brauche heat sinks so da müssen wir uns überlegen welche von beiden wir bauen ah und bei den motoren muss ich mir überlegen ob ich eine man effectively baue oder ein sampler soll ich persönlich würde den das standardrezept vorziehen würde ich aber davon abhängig machen wie viel ich brauche 1,8 motoren kann man schauen 1,8 motoren brauchen wir 1,8 7 8 7 5 1,8 75 der produziert 5 das heißt wir hätten schon mal viel mehr produkte autoren als dass wir die brauchen würden das sind 7,5 sind auch viel zu viele ok also können wir hier schon mal bei den rotoren und stadtlohn bleiben da kann man dann gucken was für eine produktion wir dafür machen und dafür nehmen kupfer würde ich jetzt zum beispiel das alternative rezept 2 würde ich empfehlen weil obwohl die stahlrohre sind besser dann wollte ich aber nicht kupfer drähte dafür weil kupfer drähte sind gut zu produzieren wir haben mehr als genug kupfer ok wortel von dem jetzt wäre motoren können wir dann also direkt mit auf ins lager reingehen lassen das wäre auch schon mal ein vorteil weil hier ist ja ein riesen überschuss von motoren dann hätten wir die abgefrühstückt weil wenn hier nur 1,8 rein müssen pro minute und wir produzieren fünf haben wir drei über das heißt diese fabrik hier ist in einer zeit da überschlagen bei wir natürlich wir haben noch turbo motoren die wir später produzieren müssen ein effekt schon kann ich bauen ich brauche kabel ein bisschen mehr kabel einpacken sollen ganz zufällig eine andere richtung wird schön gewesen der schnellere weg so wir nehmen jetzt mal ein bisschen mehr kabel mit weil kabel ist anscheinend etwas gerade sehr schnell leer geht motoren nehmen wir auch noch mal mit ein stack das müssen wir gleich als orientierung benutzen so wir haben leider von den aluminium casing keins mehr hier müssen wir uns gleich wieder vorne holen und den rest habe ich aber soweit hier ne gleiches spiel für die da drüben also wir haben aber falsch gehen nur darum dass wir jetzt gerade ein bisschen schneller vorankommen die 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 frage wäre ob wir hier einen platz lassen wenn der motor und produziert und ich brauche nur einen davon dann können wir ja hiermit schon die aluminium das brauche ich dafür noch motoren und die zins die zins werden auch hier produziert also entweder machen wir die aus aluminium schießt oder direkt aus aluminium cases die case sind preiswerter zu produzieren und aluminium schießt finde ich persönlich aber besser ok 7,5 für die aluminium schießt ich richte das jetzt mal nachdem wie die produktion ist und das sind zehn heat things so und ich brauche hier ja ok ich brauche hier 9 ok 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 also ich brauche den allein eigentlich dafür ein alleine das heißt ich gehabt ihr von den heat things auch keine über und bleibt das auch so dann haben wir da auch keine große lücke rein sind die beiden ziemlich ist vielleicht kriegte ja sogar so wird ja auch eine linie nein muss ich den abreißen so haben wir jetzt gesagt die alternativ nehmen die normalen motoren rein und ihr die heat things groß mit gummi alternative rezept musste genau gerade sein das hier muss ich nur sehr gut von den motoren können wir abgreifen wie gesagt wenn wir jetzt wieder an dem punkt dass wir wieder hier ein produkt haben dass wir einspeisen können so ein verteiler würfeln und dann werden wir mit den motoren nämlich auch schon eigentlich ready was jetzt trotzdem mal hier so ja das bauen wir nachher wieder alles ab wenn wir alles anschließen es geht jetzt erstmal darum dass wir sehen was da dran ist das ist jetzt erstmal wichtiger so hier stellen wir jetzt motoren hin wissen wir wieder dass das hier ein transport ist und dann müssen wir noch ein item hinstellen ein heavy modeller rahmen den haben wir hier schon stehen genau 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 so soll aber nur mal aufpassen weil jetzt geht es hier nämlich los dass das langsam hier ein bisschen eng wird obwohl hier müssen wir nichts mehr dran machen er ist jetzt fertig ne ja alle drei anschlüsse so das heißt wir müssen von hier aus jetzt raus leider haben wir kein produkt hier was sich überschneidet leider schade also gummi und die aluminium schalen hole ich mir auf jeden fall von hinten das ist ganz wichtig die werde ich nicht hier vorne produzieren und die stadt toren und die rotoren würde ich mir auch von einer hinteren produktion holen weil es sind nämlich nur wie viel braucht der zehn jetzt müssen wir gerade gucken zehn stück samplers sampler und sich das denn also es kommt immer vom grundrezept aus sind vier am rotor alternativ copper sind schon elf alternativ für stil sind fünf und da muss ich die wires schon mitnehmen dann kommt es wieder an den punkt dass wir es haben dann würde ich lieber eigentlich bei dem normalen rezept bleiben und die hinten produzieren oder irgendwo vorher wo ich sie in größerer menge produziere weil sinnvoll wäre das hier mit den schrauben und dann 11,25 das wäre eigentlich so das sinnvollste ja so und dann bei den bei den stadt toren haben wir nur zwei rezepte das hier sind einmal fünf auch mit stahl und wires ok wir haben ein rezept das sich überschneidet und steelpipes und kick war ja für acht ok das bleibt so oder so ist egal warum man es macht einfach nur mehr da kann man ein bisschen besser sortieren ob man 10 oder 200 oder 16 will oder sowas jetzt muss man gerade gucken das heißt es wäre ja also die beiden kann man sogar zusammen machen sehe ich gerade dann würde ich mir das stahl und die wires holen von dem fließband ok wie viel brauche ich denn ich brauche jeweils 10 und den stadt toren brauche ich zwei und von den rotoren auch zwei das heißt ich brüche vier fabriken nochmal und könnten wir das ja dann doch komplett machen jetzt ist natürlich hier zugebaut wenn ich das anders mache dass ich die hier zurück ziehe etwas muss ich aufpassen dass ich hier keinen fehler mache oder die man gerade ein bisschen zurück hier sind alle angeschlossen dann habe ich jetzt kein problem mehr mit und setze ich die nach hier zwei pro gebäude habe ich gesagt ne 1 1 2 3 hier die kann man jetzt mit kupfer und ich war jetzt versorgen und das wird zu eng leider hier das wird dann ein bisschen zu eng hier ich kann das aber jetzt natürlich dann so machen ich mag dieses verschachtelten bauen eigentlich nicht ne und dann machen wir jetzt hier nochmal den motor das muss ja dann natürlich jetzt bestimmen was wir da rein tun das heißt da kommen die motoren rein die heatzings sind ja extra ne fällt man gerade ein und dann muss ich ja dann sowieso da oben holen kommst du eh weg dann geht es hier nur darum dass da die mehr so mache ich das nicht ich brauche die kollektor ich bin da jetzt oben drauf setzte ist das zu steilen da müsste ich da einen satz zurück oder ich setze das ding hier einen tick rüber das heißt detail bauen schrecklich oder machen das so dann setzt wird der genau hier hin haben wir doch kein platz problem und hier genau auf die linie damit ich den hirn setzen ja das mit dem abgreifen ist ein bisschen blöd mit den motoren muss ich mir überlegen wie ich dann da rein komme gleich noch muss ich hier noch zwischen bauen denn nicht so schön aus aber ist möglich also wir jetzt hässlich also jetzt richtig hässlich ich kann natürlich auch das schrecklich wenn du perfektionist ist oder so geht es auch schön ist was anderes aber so geht es auch motoren hier müssen wir uns jetzt nicht so das so eng machen sondern wenn die schön mit dich setzen die sammler bitte ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Gestellen bauen, aber naja, man sieht ja, wie das ist. Man muss hier irgendwie leider mitbasteln. Man kommt nicht drumherum. Gut. Gut. Das sind auch genau fünf. Dann haben wir genau jeweils zehn und das ist die Fabrik hier optimal eigentlich. Ist hier perfekt eingestellt. Ja, weil zum Produzieren hier von den Motoren brauchen wir jeweils genau zehn. Die haben wir fünf Motoren und von den Motoren geht dann die Hälfte immer weg ins Lager. Und die andere Hälfte geht in die Anlage. Und sobald das Lager voll ist, ja, dann ist das halt so. Dann können wir überlegen, dass wir dann da hinten ein Überflussventil rein machen, dass dann so gesehen alles, was überflüssig ist, in den Schredder geht. Müssen wir aber für jedes Produkt selbst entscheiden. Was extra machen. Geht nicht anders. Gut. Das heißt, wir müssen hier nur noch die Heatsinks bekommen. Und die würde ich sagen, die brauchen dafür nur eine Anlage, ne? Dafür brauchen wir mal das alternative Rezept, also Gummi und Aluminium und das hole ich mir aber extra. Das hier müssen wir noch fertig machen, glücklicherweise. So, hierhin muss das. So, Nummer eins. Autosave. Ich muss mal gucken, ob das klappt, was ich da gerade vorhabe. Nicht, dass ich mich jetzt hier auf der Tour... Sieht aber gut aus, oder? Ich muss jetzt hier hinten anschließen. Das gerade. Ja, das ist gerade. Gut, Plan hat funktioniert, so wie ich es haben wollte. Ne, jetzt nicht. Scheiße. Mann, genau um eins verbaut. Und es ist genau eins mehr rüber. Genau eins mehr rüber, damit das genau passt. Okay. No eins mehr rüber. Wie gesagt, ich bin... ...ein schlimmer Perfektionist, deswegen ist bei mir sowas sehr... ...wichtig. Und jetzt ist es richtig. willen her würde ich das jetzt auch noch mal hier hoch bauen damit das dann da auch aussieht als wäre das gewollt das ist ja zwar eigentlich hier in baule fängt der bogen an es jetzt dunkel werden und Untertitelung des ZDF, 2020 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 schauen ob ich bis hinten durchgehen kann direkt ich glaube aber nicht hier wird es nicht klappen garantiert nicht viel zu lang sein ich muss hier irgendwo mit ich noch einen machen so dass es nicht zu hässlich aussieht das hier ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen da könnt ihr es hinsetzen wobei da bin ich auch den beiden drinnen hier drüber bauen kann ich nicht das sieht auch doof aus setzen wir das ganze noch mal 1 1 rüber wie eben gleiches problem was ist richtig ja es gibt es gibt es 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 Gut. So, dann haben wir jetzt hier die Heatsings, die wir mit dem alternativen Rezept machen. Das heißt, da brauchen wir 30 Gummi und 30 Aluminium Casings. Also 30, 30. Ja, das ist nur, damit ich weiß, wo was hinkommt oder wo was herkommt. Was habe ich jetzt gesagt? 30 Aluminium Cases. So, 30 Gummi. Ja, das müssen wir am Ende nur noch zusammenzählen und dann können wir wissen, wie viele Fabriken wir bauen müssen. So. Aluminium haben wir, machen wir ganz hinten wieder die Raffinerien. Und dann machen wir dann eine Hauptpipeline, die dann einmal zur Base geht. Wir müssen natürlich daran denken, dass wir auf das Band nur 780 Stück drauf jagen können. So würde ich es auch bauen. Geteilt durch 30 sind die 780, 14, nee, 6, was heißt, 780 geteilt durch 30, 78 durch 3, 20 sind 26 Raffinerien, die dann rauf passen würden. Theoretisch. So. Gut. Das haben wir erledigt. Das heißt, wir haben jetzt die Heatsinks, wir haben die Motoren mit den Anschlüssen, was alles reingehen muss von hier aus, was jetzt hier natürlich schon, wie man seht, ist es schon ziemlich viel, ne? Also wird langsam etwas viel. Hier haben wir die Dings, die rausgehen. Gut. Ja, und dann haben wir das auch abgefrühstückt. Sagen wir mit einer Anlage, die diese Kühlkörper gemacht, die Kühlsysteme haben gleichzeitig die Motoren ins Lager schon abgefertigt. Bei den Heatsinks ist halt, ja, da muss man eine extra Fabrik wahrscheinlich für Baum, mal gucken. Ist ja nicht das Letzte, was wir bauen, was mit Heatsinks, was wo die gebraucht werden, weil ich glaube, beim Turbo Motor brauchen wir die auch. So, und hier haben wir die Heavy Model Alarm, produzieren wir auch mehr, als wir brauchen, und dementsprechend gehen wir hinten ins Lager rein. Die Aluminiumzonen holen wir uns ja eh von dem Fließband. Gut. Dann werden die ersten zwei Anlagen ja schon fertig. Komplett. Müssen wir noch hier an und nur noch an und abschließen. Dann kommt jetzt als nächstes Modulare Rahmen produzieren wir drei, das heißt, die kommen auch uns Lager, die haben wir fertig. Gehen wir mal gerade durch. Paz. So. Also. Der Copper Powder habe ich schon gesagt, mache ich nicht. So, die Fuse Modular Rahmen habe ich, die Kühlingsysteme habe ich. Das sind alles Projekt Items, ne, hier Projekt 7, Projekt 6. Das abgepackte Acid mache ich sowieso nicht, weil das würde ich nur zum Transport benutzen. Also abpacken tue ich normalerweise nur zum Transport. Außer bei Benzin für das Jetpack. Da reden wir nicht drüber, da auch nicht alles. Das mache ich auch, aber das mache ich nur, um Wasser loszuwerden. Das ist alles Müll, Resin. Das produzieren wir nicht, das ist nur ein Nebenprodukt, das wir brauchen für Fasern. Benzin produzieren wir da vorne. Machen wir eine Anlage für. Das ist wieder Projekt 5, das Projekt 4, Projekt 3. So, Aluminium Fluid brauchen wir so nicht als Produkt, sondern jetzt kommen die Scraps. Die Scraps brauchen wir, weil wir daraus die Aluminium Barren machen und wiederum aus denen machen wir dann die Aluminium In-Kotz. Da können wir dann natürlich jetzt entscheiden, ob wir die Barren machen mit Silikat, was wir schon mal geplant haben und auch gemacht haben, weil wir Silikat für irgendwas noch gebraucht hatten. Oder wir machen die wirklich 1 zu 1. Also das Produktionsrate sehen wir ja bei dem alternativen Rezept. Da können wir direkt aus Scraps können wir direkt Aluminium Barren machen. Das sind dann 30. Zwei Stück für 30 oder sechs Stück für 60 pro Minute. Okay, naja gut. Das alternative Rezept wird sich schon lohnen. Meistens sind sie besser. Gut, hier sind jetzt dann aber die ersten Teile, die wir bauen müssen. Die nächsten größeren sind die Turbo-Motoren. Die würde ich jetzt als nächstes bauen. Wobei ich gerade sehe, dass die Turbo-Motoren seit neuestem auch mit Kühlsystemen mit Kühlsystemen gebaut werden. Das habe ich noch nicht gewusst. Das ist neu. Ei, Andy. Und... Da würde ich aber glaube ich bei den alternativen Rezept... Wow, was? Okay, das ist interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sehe, dass dieser blöde Wirfel für was anderes gebraucht wird, als für diese Plasman-Dinger. Okay, die Turbo-Motoren brauchen echt eine große Anlage. Ich glaube, ich würde die Motoren eher hier rausbauen. Mit dem alternativen Rezept 1, weil... Das hier zu bauen, ist verdammt teuer. Ich meine, man hat ja gerade gesehen, die halbe Anlage, die wir jetzt hier gerade hingesetzt haben, ist nur für... Wie viel machen wir da? Ich glaube, 2,5 sind das. Ne, 3,75 sogar. Das ist alternative Rezepten. Genau. Wow, mit dem normalen Rezept machen wir 6 pro Minute. Mit dem alternativen Rezept machen wir nur 3,75. Okay, jetzt können wir das nochmal erweitern. Das fällt mir gerade auf. Wir könnten 2 rausmachen oder wir verdoppeln das hier. Und jede Anlage dahinter verdoppeln wir auch. Oder wir bauen es halt neu. Also wir bauen es nochmal alles doppelt. Und wir können das hier... Bzw. wir haben ja alles gebaut. Oder wir verdoppeln es einfach. Dann würden wir von dem hier zurückziehen. Also eine zweite Linie machen, die zurückgeht. Und dann könnte man damit die Turbomotoren bauen. Das wäre eine Idee. Weil wir haben ja jetzt hier alles schon stehen. Wir haben ja schon alles. Wir müssten eigentlich nur alles verdoppeln. Dann hätten wir hier 7 in der Produktion. Davon werden dann für den Turbomotor 5 gebraucht. Schauen wir mal gerade. Manöfektor. Nein, nein, nein. Dieser Autosafe. Alternative Automated Miner. Das kennen wir doch schon. Das Alternative. So, genau. Super Computer müssen wir auch noch planen. Aber jetzt erstmal wären wir hier bei den Supermotoren. Wie viel brauchten wir davon? Oh, der braucht 7,5. 7,5. 7,5. Das heißt, mit dem Rezept hätten wir 7,5. Und würde es ganz genau passen. Und würde es ganz, ganz, ganz genau passen. Oh, finde ich teuer, ey. Wenn das der Turbomotor so krass ist, das hätte ich nicht erwartet. Dann hätte ich hier nämlich nach ganz vorne gebaut. Okay, ist nicht schlimm. Wir müssen ein Fließband zurückbauen, wäre nicht das Problem. So, das heißt, weil das hier sind ja viel zu viele Coolingsystems, die brauchen wir gar nicht so viele. Ist ja unnötig. Und viel zu viele. Wenn ich die jetzt alle auf 250 laufen lasse, dann würde ich ja hier 25 produzieren und... Ja, so viel ist sich im Chat, Andi. Äh... Wenn ich die jetzt alle auf 250 jage, was ich natürlich auch tun könnte, dann verbrauchen die zwar mehr Strom, das ist ja nicht so schlimm. Verbrauchen das 2,5-fache an Ressourcen. Das ist auch nicht schlimm. Ich brauche ich dafür nicht, ne? Äh... Dann würde ich dann 25 produzieren und ich bräuchte... Wie viele Heatsinks? 25... Hier brauche ich keinen. Aber hier muss ich die Radio-Controller produzieren. Die wiederum brauchen auch ganz schön viel Material. Die Anlage wird um einiges größer. Ich hätte mal die... 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 Die letzten Items zuerst gucken sollen, welche das sind. Ich bin jetzt erst mal von den neuen Items ausgegangen. Also hier von einem kühlenden System. Sowie von dem, ähm... Modularen Fusions, äh... Würfel da. Also fusionierten Modularenrahmen. Ich zweimal das alternative Rezept machen. Dann wäre es genau richtig. So, wie wir gucken wir mal gerade auf, wenn wir... Moment, bei mir klingelt es. Ich bin direkt wieder da. So, wo waren wir? Genau, wir wollten jetzt gerade gucken, was ich noch... Äh... Welche Items jetzt noch diese Kühlsysteme brauchen. Also, hier brauche ich Kühlsysteme. Hier brauche ich keine. Die sowieso nicht. Das sind alles kleine Items. Äh... Mit dem Uranium und sowas. Das gucke ich mir später an. Batterien brauchen eh nichts. Das ist eh so ein Nebenprodukt. Die Oszillatoren brauchen das auch nicht. Die brauchen Quarz. Äh... Und gerade wissen, was für ein Rezept das ist. Also, wie viel die brauchen. Äh... Ähm... Da. Der bräuchte... Neun. Das heißt, eineinhalb Coolingsystem. Wie ich auch von den... Von den anderen Teilen her nicht hin. Aber da könnten wir hingehen, da tun wir einfach zwei Schnecken. Äh... Da tun wir einfach eine Schnecke rein. Und dann hätten wir genau neun Produktionen von den Radiokontrollern. Auch. Okay. Das ist nicht schwer. Das ist ein Gebäude. Äh... Äh... Das ist so ein Ding. Das baust du einmal und dann war es das. Du brauchst dann nie wieder. Die sind doch immer nur neugierig, was du wieder bestellt hast. Ja, genau. Ne, den Nachbarn habe ich ja was für angenommen. So. Ich habe ja diesmal was für jemand anderen angenommen. So, die Fabrics. Das produzieren wir. Das ist ein Nebenprodukt. Hm... Die Boards brauchen sowieso nichts in die Richtung. Das sind alles Kleinkram-Items. Die Computer brauchen auch kein Coolingsystem. Das heißt... Eigentlich sind wir ruhig mit dem Coolingsystem. Cooling. Coolsystem. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke da noch nicht rein. Macht man nicht. So ein böser Kerl. So. Gut. Dann machen wir das so, wie ich es gerade gesagt habe, dass wir da jetzt noch ein zweites zubauen. Ähm, genau. Dann machen wir jetzt gleich noch ein zweites dazu. Dann machen wir das hier nämlich jetzt doppelt. Einzig blöde. Toll. Ich muss schon mal einen Anschluss hier arbeiten. Hm. Und dann tun wir das hier alles auf 250 setzen. Äh, Quatsch. Auf 200% setzen. Und produzieren wir hier nämlich genau das Doppelte. Und das Doppelte reicht ganz genau für die Turbo-Motoren. Dann dürfen die hier jetzt nicht abknipsen. Aber ich muss das Gebäude dann hier anders setzen. Weil ich muss das anders anschließen. Das ist leider dann. Jetzt geht es gar nicht anders. Hm. Hm. Blender. Ich weiß gar nicht, wie man auf so einen blöden Namen kommt. Blender. Wieso nennt man so ein Gerät Blender? Das muss ich nicht verstehen. Jetzt sagen wir mal bitte, dass ich das daneben bauen kann. Und noch Aluminium. Ja. So. Jetzt machen wir mal zur Heimat. Äh, Scheiße. Ich hab noch keinen... Noch keine Schleuder zur Base. Die, 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 die. Die, die, die. Ja, müssen wir gerade ein paar produzieren von... Ich brauche noch einen, zwei Blender. Das heißt, ich brauche noch zehn Stück. Ich brauche 15 Stück. Oder? Die Frage ist... Für den anderen brauche ich... Also ich brauche für das eine Rezept produziere ich... Neun. Wir machen jetzt einfach mal nochmal fünf drauf. Dann haben wir eine Reserve. Ein Blender-Gebäude-Reserve. Lieber eins zu viel als eins zu wenig. So. Sieht doch schon schön aus hier. Schön sortiert. Boah. Das Gebäude steht falsch rum. Ist auch sehr gut. Genau. Blender. Drum. So. Wie viel braucht ihr für den anderen, habe ich gesagt? Für den Super-Computer. Wenn ich das Ding baue. Neun, ne? Genau. Äh, ja, neun. Wie gesagt, dann nehme ich entweder eine normale Fabrik und setze die auf 150%. Dann habe ich genau neun. Oder ich verdoppel sie sogar. Oder baue zwei. Und habe dann, äh... Äh... Hab dann drei überschüssig, die dann ins Lager gehen. Ne, dann baue ich glaube ich lieber einen und setze ihn erstmal auf 200% bis das Lager voll ist. Machen wir das so. Das ist eine bessere Idee. Das hier ist dann jetzt Endprodukt. Weil diese Fusionswürfel brauchen wir nämlich nicht. Jetzt mal hier hin. Na komm. Habe ich Fusionswürfel dabei? Natürlich ist kein Fusionswürfel dabei, ne? Hm, ne, hab ich nicht. Hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Um. Untuk. Dann. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. sind die cooling system und dann bauen wir direkt hinter der anlage jetzt die turbo motoren auch wenn ich die lieber dann seite hätte man natürlich auch überlegen die jetzt hier auf der seite bauen platz hätten wir ja mehr als genug wir bauen sie hinter ist kein schaden wir fangen jetzt hier an die turbo motoren zu bauen so turbo motoren gehen los mit moment auch mit der firma und den manufacturer ja auch jeden fall und gar nicht drumherum das ist das letzte gebäude hier in der reihe dementsprechend machen wir hier soweit platz fern 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 und an die also auch langes wochenende das schon geplant das schon verplant so waren sie kompromotoren durch überlegen welche ich von denen machen wollte die machen was das auch die cooling systeme kommen als allererstes von oben dahinter müssen wir dann motoren bauen mit so eine neue fabrik verbauen ist ja nicht schlimm und wir brauchen gummi das gummi holen uns aber von fließband die radio controller die bauen wir auch 3,75 da brauchen auch meine fact shows für setzen jetzt direkt mal dahinter so haben wir hier mit abstand so 1 das genug abstand jahre ich überlegen wie ich die bauen will am liebsten hier wäre eine version wo ich keine auszillotoren brauche führen das wäre schon mal nicht gar nicht so schlecht so die zinc sind sehr leicht zu produzieren die sind auch kinder leicht zu produzieren weil ich überlegen könnte ob ich das silikat nehme statt den kabeln und quatsch ist ja es ist ganz leicht zu produzieren weil die oszillotoren auch ziemlich einfach zu produzieren sind in dem computer brauche ich die lustigerweise nicht und die radiokontrolle brauche ich auch nur für den turbo motor war ich das richtig sehr wahrscheinlich später hierfür irgendetwas sie wollen noch auszillotoren sehe ich gerade die uran dinge ihre projekte sind scheißegal die interessieren keinen die modellaren rahmen habe ich schon und den rest hier habe ich auch schon das heißt es kommen nur noch diese großen teile hier würde ich mal gerade gucken damit produziere ich einen pro minute und damit produziere ich 1,8 also 3,5 3,2 3,4 3,6 3,65 3,65 ganz ganz krumme zahlen richtig krumme zahlen so dass wir am einfachsten mit einen pro minute sind noch leicht zu produzieren ist die frage die computer produziere ich die so oder so also alle rezepte mit quickwire sollte ich eigentlich nehmen weil ich habe quickwire im überfluss absoluten überfluss es gibt nichts was ich mehr habe als quickwires also hier die 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 wieder die normalen quickwire nicht die normalen sondern die aluminium quickwire habe ich das zeug habe ich echt in massen so also das hier sind ganz 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 komisches rezept die zwar schnell gemacht aus aber ist ganz komisches rezept wir produzieren jetzt wie viel wollte ich jetzt haben hier ich wollte was würde ich produzieren die radio controller also entweder 2,5 3,75 oder 4,5 3,75 das wäre sogar das optimale turbo motoren ist das endprodukt pooling system baue ich eins extra ich schaue später ob ich das in rezept für die super computer mit einbauen und da mache ich dann über produktion mit rein das kann ich mit schnecken machen dann dann kann ich sagen sobald die lager voll sind da muss ich aber nicht machen da kann ich das auch so lassen ok motoren muss ich was extra für bauen aber holt ich mir von der fließband so das heißt wenn ich die radio controller die ich für nichts anderes brauche also für turbo die großen produzieren also die 4,5 die hier dann und ich da auch die oszillotoren produzieren die könnte ich dann mehr produzieren es wäre ja hier das rezept mit dem hier und einer raus und das andere kommen 1,8 da würde ich über den 1 1 nehmen mal zwei normalen mal zwei so vom rezept leichter was haben jetzt gesagt wir nehmen dann das rezept auch mit zwar sehr viele andere komponenten aber das kriegen wir schon hin wir können mit quick wires arbeiten requires haben wir eher so von den gelben kopperdraht gelben aluminium draht wir bauen das hier so dann haben wir nämlich hier überfluss und das heißt wir machen mal hier einen splitter hin ein teilsplitter der genau hier drauf geht da können wir den dann direkt rein laufen lassen beziehungsweise nein so auch irgendein produkt hier raus es kommt vom fließband der gummi kommt vom fließband der rest kommt von rechts das heißt der geht nach rechts raus ich hasse das ja so wieviel brauchen wir 45 45 und 40 gummi dann setzen wir den hier wollen das sind nämlich machen wir hier den würfel drauf einer würfel sieht das auch ordentlich aus so und hier raus kommen jetzt radio controller davon habe ich einen zu viel lustiger weise weil ich bin ja eben mehr eingepackt habe das passt ja perfekt wenn ich den nämlich drauf legen so dann weiß ich auch schon mal dass hier die radio controller zur hälfte da raus gehen und ich sollte mir mal gleich schnecken ein ob die mal wäre eigentlich ein drittel optimal wäre ein drittel und jetzt geht jeder zweite raus habe ich nur noch 2,15 2,15 und ich brauche 3,7 das heißt ich müsste eigentlich ein rückkopplereien basteln gut das ist ja auch nur fürs lager füllen wobei man kann halt hier systeme bauen dass man halt immer wieder zurückführt wenn ich jetzt geteilt durch 2 nehme haben jetzt hier 4,5 2,25 so einer rechts einer links wenn ich jetzt in einem zurückführen dann ist hier einer mehr drauf würde dann 2,5 also 1,175 hier drauf würde hier reingehen aber der wiederum wird noch mal geteilt das heißt ich müsste den eigentlich von da aus hier rein für noch mal stich dafür bräuchte ich auch mehr platz um das zu machen scheiß matte wir brauchen das mal gerade anders schauen wir mal für das so eng hier hinbekommen der sinn wäre jetzt dass hier so irgendwie möglich hin zu bekommen und falls jetzt sich das gebäude noch mal um das hier würde so würde es passen und passt genau ja passt das was ich vor habe ganz genau weil dann würde ich jetzt von hier aus streich splitter noch so das was jetzt hier raus geht in 2,25 ja und 2,25 gehen da rein und die jetzt hier raus gehen die 2,25 davon nämlich noch mal die hälfte also 1,175 die werden dazu gepackt dann wenn ich bei 3,7 nämlich 3,75 doch 3,75 ein drittel ja passt es scheiß matte so bin aber auch froh dass ich es gelernt habe das mehr als ausgiebig so nehmen trotzdem da drauf weil es hier so schön war und hier müssen wir dann jetzt alles mit rein holen so dann wäre es jetzt ganz genau das können wir natürlich auch bei den anderen sachen später machen also kann man halt die items perfekt aufteilen die produktion dass man halt das verhältnis richtig hat und man kann am ende schredder hin bauen ohne dass sich da irgendwas in die quere kommt ja dann gehen jetzt hier genau 3,75 rein überschuss geht ins lager und irgendwann ist der überschuss im lager voll und im lager kann man dann schredder hin bauen wo dann der überfluss reingeht sobald das band voll ist damit das dann kein stau hier irgendwo ergibt wäre ja scheiße stau müssen wir ja nicht haben so gut die beiden haben wir kommt hier rein radio controller kommen hier rein verstehen wir müssen dann nachher noch anschließen sei es wir müssen jetzt hier die beiden noch bauen und das sind dann jetzt motoren und die cooling systems die coding systems die holen wir uns von hier holen wir uns ja von hinten dafür mache ich jetzt mal gerade eine linie es ist zu eng oder hätte er klappen können weiter nach vorne das müsste passen so das ist es ist es ist es ist es ist es wo sind meine cooling systems sind die da drüben irgendwo hier sind hier rum kommen westfall hier auf die linie das wäre wunderschön schön wäre es vor allem wenn das jetzt so genau passen würde aber wahrscheinlich nicht mir fehlt genau ein element genau ein element ok dann machen wir das nicht auf den schwarzen stich hier sondern auf den ein weiter so und passt es ich würde trotzdem noch jeden dings zwischen machen weil das dann optisch besser aussieht wenn ich auch noch treffen würde eine optik und hier geht er jetzt rüber bis hierhin das cooling system ist dran ich hole gleich schnecken das ist ganz 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 wichtig das ist wirklich ganz wichtig ich muss es mir eben nicht bekommen wie viele motoren brauche ich gerade nachgucken 7,5 da kann ich auch die überschüssigen motor mit einnehmen oder ich lasse einfach nur einen auf 50 prozent mehr laufen das ist besser mache ich mir nicht so viel sonderarbeit wird jetzt aber gerade mal einmal noch mal zurück gehen weil ich werde mir jetzt schnecken holen möchte ich die gebäude die mit schnecken bestückt werden sofort bestücke mit dass keine probleme am ende gibt und ich nichts vergesse vor weil es gibt nichts schlimmeres als was zum vergessen da ich noch mehr als genug schnecken habe dann kann ich auch mal ein paar ausgeben das wird nicht reichen aber es reicht schon halb sieben meine pinke base hier habe ich ein bisschen im licht herum gespielt ich nehme jetzt mal den 100er stack batterien mit gehe mal davon aus dass ich das dementsprechend brauchen werde wir fangen hier an ich muss jetzt gerade mal überlegen ich wollte das system muss ich nur anschließen dafür brauche ich aber hier die doppelte menge das heißt 12 batterien alles was du angeschlossen ist das heißt du aus doppelt viel 12 genauso wie ihr und alle zwei braucht die wiederum auch natürlich die doppelten ressourcen das heißt 240 wires 240 wires und 80 peips brauche verdammt viele preis produzieren nun was hier ist nicht wichtig alles richtig motoren die heat sink produziere ich das hier waren die motoren richtig richtig sind schon verdoppelt so und das hier ist der nicht zink dem muss ich mir das ist der hier der einzelne genau aluminium und hier muss ich mir natürlich auch noch mal erweitern muss natürlich alles doppelte rein sonst muss mir das nicht heißt hier 60 gummi 60 gummi wie wir auto safe lieben so haben die 60 gummi so war es wieder eingepackt und 60 aluminium jesus 60 davon so die haben eine verdoppelt die müssen wir nicht verdoppeln weil das ist für die letzte anlage hier gut haben wir die jetzt alle verdoppelt jetzt werde ich mal gerade die noch anschließen und 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 haben die 210 und 300 passt ins Rohr rein ist das schon mal okay jetzt haben wir hier das Motording und dann haben wir hier das Motording ich will das jetzt eigentlich nicht so was direkt runter gehen lassen dass ich das lieber hier drauf laufen das sieht jetzt nicht so scheiße aus 1 2 3 4 4 schritte braucht das um das runter zu kommen runter zu bekommen so hier bauen wir so ein würfel hin damit wir dann hier rein kommen da ist ja von da oben schon drin ja mal das gleiche jetzt für die anlage so der dritte teil geht dann nämlich wiederum darauf westfall ist es die gleiche linie so noch mal alles verteilt und angeschlossen 12 12 jetzt wird hier das ohr noch was hier das roh noch anschließen ich immer auf das auch immer aufs fließband geht als allererstes und dann wäre das teil hier als die beiden auch fertig richtig jetzt hier zwei gebaut wir hätten so mit einem machen können dann einfach zwei stecken rein das hätte uns ein bisschen was erleichtert aber sieht schöner aus ich will wenn möglich eigentlich verhindern dass ich alles doppelt baue aber oder beziehungsweise schnecken benutze aber da ich jetzt hier die anlage schon fertig gebaut haben und ganz ehrlich keine lust hatte das jetzt um abzureißen und neu zu bauen nur weil das jetzt alles doppelt produzieren sollte ja habe nichts schmeckt weil sowieso später weil dann sind nämlich die lampen hier hellblau anstatt gelb oder grün oder rot so modulare rahmen die sind nur wichtig für die großen modeller wird schwer modell am rahmen und hier muss mir jetzt auch nichts verdoppeln oder schrauben sind ja hier für genau die rahmen die rahmen gehen hier in den schwere schwerer teil rein und das schwere teil wiederum geht dann in den blender dass wir jetzt der großteil geht in den blender der andere teil geht dann ins lager da können wir das noch machen mit dem aufteilen wir haben jetzt hier 3,75 brauchen hier 1,5 3,75 also die hälfte nie dann passt das geht immer der jetzt jeder zweite geht nach rechts und sobald dann die anlage hier voll ist weil die überfüllt ja dann logischerweise geht der überschuss alles aufs große fließband so kann man es halt auch machen also dass man einfach sagt okay in die anlage rein machst du überfluss und sobald der überfluss voll ist machst du halt dann ja es geht alles den rest ins lager so den muss ich nicht verdoppeln dass sie das letzte gebäude müssen den theoretisch auch nicht auf zwei laufen lassen wir könnten den also auf normal auch wir können den sorge auf 50 prozent setzen aber sozial ist das lager überfüllt und wir haben mehr produktion für punkte so jetzt gesagt hier verdoppeln wir nicht genau die radikontrolle die bleiben so wie sie sind die splitten wir hier einmal und von dem und das eine viertel kommt wieder zurück hier rein das heißt wir haben hier drei viertel und hier ein viertel das nach links geht so und sobald die anlage voll ist in alle alle überschüssigen links rein das ist der sinn davon so was haben wir jetzt hier gesagt aber das war jetzt die erste wo gesagt haben wir verdoppeln genau 50 prozent weil ich brauche 7,5 motoren ist das richtig moment wo gehst du rein ach so ja hier morgen sascha hier 7,5 das heißt wenn wir den hier hochtakten auf mit einer schnecke dann sind wir genau auf 7,5 pro minute stets dann so war das hier nämlich auch schon erledigt brauchen wir auch gar nicht großartig viel zu machen sondern warum wir den direkt hierhin haben wir auch keinen großen platzverlust so war eine schnecke rein und dann die motoren so und für den müssen wir jetzt nur rotoren und stadttouren produzieren ist ja auch schnell gemacht immer einfach daneben setzen mir das hier rüber holen wir haben ja noch hier alles frei da könnten wir einfach die bahn hier drüber ziehen wenn wir die hier anschließen wir haben noch so viel platz hier vielleicht machen wir dahinter schnell die zweite reihe das geht auch haben wir gar kein großes problem hier kommen jetzt gleich noch machen die produziert werden überschneiden tut sich das schon mal nichts das ist mal scheiße aluminium cases müssen man nachher mal kontrollieren ob wir zwei bahn brauchen ich hoffe nicht wir müssen wir schauen welches rezept wir nehmen ich glaube wir nehmen da standen da war das dass wir das standard rezept nehmen erstmal würde ich jetzt gerne da platz haben wir noch hier vor dem berg da wir haben noch so viel platz machen das anders bauen das jetzt hierhin mit den samplern für das waren jeweils zwei stück habe ich gesagt oder wir machen einen mit drei batterien drin genau fünf aber ich brauche jetzt 15 ich muss halt 33 bauen wenn wir die möglich würde ich gerne eigentlich wie gesagt nicht so viele schnecken benutzen wollen aber jetzt vorne wirklich nur gemacht weil sowieso schon sagen war ich habe keine platten mehr ja klar ich könnte auch hingehen wenn ich jetzt einen auf andere lassen wir gerade kontrollieren takte auf das dreifache ein 12,5 ich brauche 15 also ich komme sowieso also zwei stück muss ich sowieso haben jeweils 7,5 machen dann hätte ich genau 15 das geht auch oder wir machen einfach drei ja gut ich muss mir ein paar materialien holen das lief auch schon mal besser mit dem spring schon gleich drüber fließt wenn das ein gutes sprungbretter denn ich auch vorne holen können muss ich nicht zurück in die basis springen ich blöd mann ach ja irgendwas ich mir jetzt gerade noch fehlt so auf anhieb nicht danach aus kupferrolle könnte ich doch mal mitnehmen ich gleich noch ein bisschen markieren muss die 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 ich bin wirklich sehr schnell wir können b und nicht noch Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Verteiler. Mein Stopp, was ging da jetzt rein? Wires und Steel. Bei sechs Stück brauche ich 180 Wires. Natürlich schon langsam ziemlich viele Wires. Mal schauen, ob ich da nicht eine zweite Linie brauche. Das würde ich gerne eigentlich vermeiden wollen, wenn möglich. Klappen kann ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so mal 6 also das sind 10 30 und jetzt die stadt hohne war sie nicht im stadt hohne 10 30 doch richtig jetzt hier falsch also roto start oder daraus damit das auch einfach richtig ist stadt hohr stadt hohr stadt roto die mitte das heißt wir brauchen jeweils zehn und zu 30 10 30 und 15 zu 40 also 25 x 3 sind 75 und 70 x 3 210 also 75 zu 210 75 zu 210 75 zu 210 es geht mit den bändern nicht lange gut wie schon kommen weil wir haben da hinten auch schon kupfer wir haben 780 frei das ist nicht gerade wenig weil ich glaube hinten irgendwo gehen 400 rein es könnte eng werden 140 sind 400 noch was schon ok ok aktuell sind wir bei 400 noch was das geht noch 400 können wir noch stemmen ohne probleme so es Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich habe keine Platte mehr. Achso, die sollen ja auch nicht zusammen. Ich bin auch blöd. Ja, ich habe es verstanden. Schraube, keine Platten mehr. Schauen wir mal, wie wir hier brauchen. Rohren die Mordek mit. Platten in Rohre. Platten, nehmen wir 600 mit und Rohre 200. Haben wir noch irgendwo Rohre? Ich werde zu eng. Ich werde zu eng. Ich werde zu eng. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich könnte auch direkt nebeneinander bauen ein bisschen abstand dazwischen genau da bleiben wir dabei nur bei 4,5 das heißt wir brauchen 90 aluminium und 45 gummi 90 aluminium 90 aluminium und 45 gummi oder 40 gummi ich weiß gar nicht mehr hier bauen wir jetzt dann die nächste reihe an beuden hin das sind erstmal die benefactors für die osteloskopen das ist das erste was wir bauen scheiße ist strom im weg ja die stromlinie machen wir alle nochmal neu aber jetzt erstmal muss der strom halt laufen weil die weil da noch ein paar gebäude dranhängen damit dann zumindest die erzsachen und sowas ein bisschen produzieren das reicht vom platz her kann die theoretisch fast genau da reinlaufen so das war jetzt der oszillus oszillator da ist jetzt die frage ob ich den einfach ich davon zwei baue glaube ich die gute idee das normale rezept quatsch dass das alternative brauche ich dafür davon baue ich zwei stück mache ich auch ja zählen jetzt erst weg die richtung die schon so viel plastik dabei die uns unstabil diese blöde verbindung teilweise ist nach zehn prozent vor dem verluste bin ich froh dass ich das auch nebenbei aufnehmen und dass ich so viele modulare raum mitgenommen habe die schweren und meine faktoren fressen die dinger nämlich so das gute nämlich daran ist lasse ich die nämlich jetzt hier einlaufen mit macht das ja noch mal neu weil das sind jetzt hier verbinden im bestfall da wo der blöde mast stehen natürlich nicht einfach über brücken von hier aus direkt darüber man stelle nicht mal irgendwo hin wo du gerade nicht im weg stehst wie hier wenn ich nämlich gerade nicht gebrauchen tut mir leid ist genau da wo ich dich habe nicht haben will optimalerweise kommt der hier hin wenn man nicht passt und dann machen wir das so und die idee jetzt klappt die ich da gerade vor hab also darum geht es aber theoretisch ist es ein tick zu nah dran dann würde ich direkt davor stellen dann wird es ganz schön eng ach man weil ich wollte jetzt eigentlich hingehen sich das was hier rauskommt direkt verteile dann würde ich nämlich genau ein viertel weg schicken von den zwei also 0,5 deswegen braucht er nur 1,5 würde ich das jetzt hier anschließen 15 2 0 und 0 0 durch jetzt ein bisschen gewurschtelt hier aber hauptsache es passt so gut gehen jetzt hier von den zwei oszillatoren einer komplett immer hier rein weil die sagen weil der sammelt die von dem her geht hier rein und teilt sich in zwei richtungen auf das heißt die eine richtung geht ins lager eine richtung geht ins lager und die andere hälfte geht dann in den großen manufest show rein und somit habe ich dann geteilt in dem hier genau 1,5 rein und die genau 1,5 brauchen wir auch läuft doch man muss nur ein bisschen logisch denken denken mit den blöden schreddern du kannst halt du kannst halt eigentlich jedes item irgendwie aufteilen du musst halt nur ein bisschen rechnen video wo ansetzt damit du richtig aufteilt so das letzte was wir jetzt noch brauchen sind dann jetzt die die zirken boards und die würde ich aber gerne hier vor ort produzieren das heißt würde ich mir die hier und ich muss mal gucken die zirken boards brauchen assembler gerade kurz gucken was die ressourcen brauchen so da kann ich mir einiges aussuchen autoself kommt gleich ich würde aber gerne plastik das ich habe noch gar nicht genommen plastik und quick wires es wäre ja eigentlich sehr sehr cool dann können wir die nämlich auch mal benutzen so und ihr braucht reinforcement plates kupfer die quatsch kabel so quatsch hole ich mir von der haupt line müssen wir jetzt ein bisschen mehr bauen müssen wir so bauen dass wir da aufzüge zwischen kriegen das ist das optimo machen kannst so aufzüge 1 2 3 das ist der aufzug eigentlich zwei aber drei für die breite und dann noch mal 123 dann haben wir hier die fließbänder so dann müsste das eigentlich genau passt mal gerade ein zum beispiel nur mal so dass ich nicht mit schliegen jetzt gerade der westfall schießen die sofort an aber ich glaube ich bin zu weit weg dafür oder was sogar perfekt genau für mehr abstand passt dann können wir hier noch mal gucken von der anlage erster schritt 2 3 4 5 6 sogar also fünf schritte weg 1 2 3 4 5 und dann drehen dann haben wir genau die aufzüge vom fließband genau in die anlage rein besser kann man es eigentlich nicht haben so drei gegenstände wir müssen für die sind genau drei gegenstände also quatsch holen wir vom fließband auf der rechten seite das lassen wir dann hinten rein laufen und dann unten durch kabel ist das gleiche spiel das kommt von der rechten seite und geht dann hinten und hier aus rein und über das fließband und die reinforcement place kann ich mir jetzt überlegen ob ich die hier basteln problem ist immer die brauchen schrauben oder ich nehme gummi wie viel brauche ich denn 2,5 pro fabrik das heißt mit dem sampler abschauen was ist denn sinnvoll 2,7 oder 7,5 3,75 5 15 ist viel zu viel 5 ist eigentlich sehr gut weil dann könnte ich wahrscheinlich beide mit versorgen so eine fabrik das machen wir natürlich dann auf normalen wege und knüpfen wir uns die auch ab und der ob linie so sampler 1 erreicht eine sampler vollkommen so dann warum wir die standard dinge wo sonst also schräubchen wieder mal wieder schrauben so aber dann kann ich die auch direkt hier rein laufen lassen ein bisschen natürlich ich bin aus dem verteiler döschen verteiler würfel manche von mir aus bitte so weisenplatten und schrauben und schrauben uns natürlich jetzt beide vom fließband außerdem ist jetzt mal richtig ausnahmsweise wenn man es perfekt haben will muss man meistens selber bauen das ist ein bisschen doof perfektionismus ist halt eine schreckliche krankheit kann auch schon fast sagen und auch wenn man sieht so muss man mal zählen 30 platten 60 schrauben 30 platten 60 schrauben 60 schrauben und 30 platten 30 schrauben 30 war richtig ne man so viele zahlen immer im kopf hat das ist also immer so eine sache noch mal 30 60 ja gut dann haben wir die anlage hier eigentlich so weit schon komplett versorgt waren katholos auf sich machen sie muss schon bauen ich möchte ich kann hier unten reinjagen damit wir halt keine überbleibsel haben damit wir keine toten items auf den fließbändern oder sowas haben und dass die fließbänder wird ordentlich laufen 1 2 3 und das einer drin und noch zwei müssen reinbauen das können wir hier sehr schön mit den aufzügen jetzt machen beziehungsweise dass da ist kein aufzug sondern das jetzt aufzug weil der aufzug hat eine gewisse höhe der muss halt zwei etagen hoch unter zwei etagen klappt es nicht so und hier ist er jetzt direkt angeschlossen das ist der vorteil sehr schön jetzt mit absicht so es ist nicht entlage sondern es ist nur dafür dass ich sehe dass hier zwei items reingehen und wieder muss ich hier gucken wie ich ihn später anschließe so bei gebäude 28 kabel und 36 quarts 28 kabel 28 kabel 36 quarts ich habe jetzt kein quarts dabei und ich habe jetzt hier irgendwo quarts drin habe das weiß ich gerade gar nicht ich glaube nicht ich glaube nicht weil quarts habe ich glaube ich alles zerstört die habe ich nicht aber 36 ich habe jetzt gerade ein bisschen aber noch schon produzieren hier die silikate hier zerstört werden komplett eine runde brauche ich noch noch zwei quarts ich bin es was sagen was habe ich jetzt verpasst und die 36 quats so sind die hier angeschlossen beide jetzt fehlt nur noch du oder was habe ich gebaut von die reinforcement plate die habe ich da vorne jetzt gebaut das heißt brauche ich gar nicht mehr da muss ich überlegen wie ich die baue auch genau 15 als die frage ob ich nicht lieber hingehe und die dann hinten produziere das ist klüger 15 zirken worts brauche ich ein welches ich dafür produzieren muss am besten 7,5 also von den copper dingern 2 und den brauche ich drei von den petroleumkohle 12,5 scheiß zahlen 8,75 ist auch eine scheißzahl also sinnvoll wäre eigentlich 7,5 und davon zwei stück das heißt plastik und copper sheet weil ich davon noch gar nichts genommen habe aber ich die jetzt einfach hinten dran ja ich die einfach hinten dran und habe sie dann von hier ab so sind ja nur eins ja 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 Oh, das ist ja gefallen. Lass es mal hier rüber laufen. Genau, auf der Linie? Ne, ein zweiter. Ne, Quatsch, hier ran. Auch ein bisschen Platz, um mich hier zu bewegen, deswegen... Außer sind die Vliesbäder nicht so lang. So. Andersrum. Deswegen immer rückwärts. Wir müssen items rein, also in diese Richtung. Man muss halt, wenn man noch nicht schon irgendwie einen Pfeil hat, also wie hier, dann muss man immer diese Richtung selber bestellen. Ansonsten, jetzt kann ich ja hier anbauen, das Band läuft ja schon in eine Richtung. Hier wird sprechend der Pfeil schon richtig. Das ist ein bisschen übertrieben, viel Platzverschwendung jetzt, aber... Also, hier ist ein bisschen... Bis zum nächsten Mal. so zirken bord die standard variante aber schieds also 30 60 30 kopper schieds 60 plastik weiß sich kopper schieds 60 plastik angeschlossen sind die vorne oben schon hat sich die sache auch schon ledig weiß ich zu 60 90 zu 60 hier mache ich jetzt nur so komisch weil ich die noch anschließen muss richtig nicht wundern das sieht immer ein bisschen komisch aus das nur für den es denken erst das nicht und so im hinterkopf hat was man da macht 60 plastik zu 30 kupfer beziehungsweise kupfer platten natürlich hier die die opa 30 das hier ist auch versorgt dass es auch angeschlossen wird sogar halbiert er wird nicht halbiert verteilt das hier eins zu eins produziert fünf ich brauche genau 2,5 pro teil hast alles perfekt so gut das war jetzt der jetzt muss man gerade gucken welche anlage das überhaupt war das war der radio controller die kann sind ja angeschlossen das ist natürlich selten doof natürlich super geil wenn man hier alles baut aber das gebäude nicht anschließt ich brauche einen verteiler muss jetzt hier genau zwischen so passt das wahrscheinlich schon nicht wir müssen hier raus gehen also wir brauchen ein paar teile setzen jetzt hierhin ob es zu drängen wir müssen das so machen das ist die minimal kurven so machen wir das hier nochmal weg die kontrolle müssen wir gleich wieder aufheben ok dann machen wir hier noch mal ein verteiler hin beziehungsweise erstmal einen der da rein geht wenn ich hier so eng gehen hier muss ein kollektor hin genau das ist genau zu eng scheiß klein gar nicht eins weiter nach links so geht das dann so jetzt nicht scheiß engbau hier das müsste eigentlich gehen autos helft kollektor hier so nah dran oder wir machen es so jetzt nicht so dran dann können wir von hier aus locker da rein wenn die erste hälfte darüber und da teilen wir noch mal die andere hälfte das heißt da kommt noch mal ein verteiler hin richtig genau da kommt jetzt noch mal eine verbindung daran schwere geburt aber jetzt ist ja hier mit dran das ist das sollte natürlich auch funktionieren weil sonst haben wir den ganzen scheiß nämlich umsonst so worum es eigentlich ging also alles war ab lediger nicht dazu also das hier ist der turbo motor und alles was jetzt hier hinter steht diese gebäude komplett denn nur für den turbo motor da das ist alles nur für den turbo motor gut dann haben wir den turbo motor fertig jetzt haben wir halb acht in seiner stunde zur arbeit fahren letzte nachtschicht auch wenn morgen wochenende ist leider wieso ist das leider genau was hat mir jetzt auf dem schirm wir haben wir haben den fusionierten rahmen wir haben die cool systeme wobei die cool systeme müssen wir noch einmal neu bauen weil wir zu wenige hatten aber wir müssen super computer bauen und da werden cool systeme nochmal benötigt ich würde sagen die super computer bauen wir jetzt hierhin aber das werk hier steht oder dahinter am besten weil langsam wird sie hinten so ein bisschen eng weil ich habe eigentlich noch platz ich kann doch jetzt dahinter weiter bauen aber ich würde gerne die großanlagen so ein bisschen mehr verteilen wir brauchen noch super computer und wir brauchen noch die normalen computer die oszilloskopen produzieren wir hier über haben wir auf lager die radio controller produzieren wir über haben wir auf lager die turbo motoren produzieren wir hier werden schrauben über produziert auch wenn zu 40 sind aber es sind über produzierte schrauben sehr gut motoren haben wir auch schon über produktion das schöne daran wenn man das hier so ein bisschen macht man kann jetzt hier direkt sehen die reihe hier hat den turbo motor und die schrauben sind über das muss hier rankommen 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 das bank kommen das rahmen habe ich die kleinen das hier brauche ich alles und hier sind die großen schweren modularen rahmen die müssen noch ein und hier kommt dann am ende der rahmen aus der dank hier rein leider kann ich davon nichts abzweigen weil die beiden jetzt genau das produzieren was ich für den turbo motor brauche deswegen werde ich jetzt hingehen mal kurz das ist die mitte 123 platz bei fundamente platz 123 fundamente also hier mit dem ist was freilassen und wird jetzt hier anfangen zu bauen beziehungsweise wir können super computer auch mit einem assembler bauen dafür brauchen wir halt nur speziellere items was wir produzieren können also super computer das sonder das sonderrezept so und das ist das alternative ist das zweite das ist das was wir jetzt hier haben also radio controller drei stück ich bin immer so gewöhnt so viel zu quasseln ich mag das schon also radio controller drei stück das ist das was auf der anderen seite auch gebaut haben jetzt gerade und die cooling systeme brauchen wir jetzt neun stück die werde ich jetzt so bauen dass ich die am anfang über pakte auf 12 weil die gebäude produzieren sechs pro einheit die alternativen rezepte verbrauche ich dann jetzt zwei blender dafür ich brauche sie sich noch mehr blender super computer müssen wir produzieren normalerweise produzieren wir ja hier für computer aber ein anderes rezept nehmen würden ja mir was ich jetzt hier hat nicht alle rezepte drin so diesen leicht zu basteln die zink müssten wir glaube ich auch noch basteln dann haben wir eigentlich alle große teile also wie gesagt hier ist jetzt das super computer rezept drin drei pro minute ist mehr als ausreichend so viele wird man nie brauchen weil super computer nichts benutzbar sind außer für die ganz ganz blatt also für die letzten gebäude hier das ding braucht zehn super computer ich komme mal dadurch geht nur um die gebäude hier der baut fünf super computer seit neuestem der mk3 obwohl die quatsch er hat früher hat er keine fusionsrahmen gebraucht die sind ein neues item so das war es dann schon hier hier ist auch alles nur kleinkram power dafür brauchst du super computer die atomkraftwerke und hier für die geothermal dinge aber du brauchst halt sonst nicht wirklich groß computer das ist alles so hier für so große was hier wird man transport sachen wahrscheinlich noch nicht mal computer für die drohnen vielleicht ne da brauchst du die radio controller für bkw ist auch kein computer für ja also man braucht nicht viele super computer ich könnte auch einfach damit ist damit es für mich einfacher ist hier so ein standard rezept nehmen nämlich das kleine rezept für die super computer oder ziehe ich immer noch zwei stück pro minute also fast zwei stück zum 2,4 sondern man diese elektrisch magnetischen dinge dabei wobei das könnten wir eigentlich machen und produzieren wir mehr davon und dann haben wir die direkt auf lager das ist eigentlich gar keine schlechte idee das finde ich sogar sehr gut ich produziere die später sowieso noch mal wenn ich dann atomkraft dazu baue weil dann brauche ich die ja auch so quick wires müssen wir nicht drüber reden ok das ist etwas was ich eigentlich nicht mag also batterien will ich eigentlich nicht produzieren deswegen würde mir das wegfallen wir nehmen das alten sassen nehmen das standard rezept plastik high speed controller limiter das sind alles ganz stinknormale einfache items so ein computer sieht man auch sind auch viele items bei da würde ich das rezept mit den quick wires nehmen weil ich bin jetzt noch gar nicht die brauche ich also die die will ich halt so langsam mal verschwenden wir produzieren so viele quick wires also nehmen wir dann doch das rezept hier für die super computer stadt das ist sampler rezept und sparen wir uns auch gerade gucken 123 ja das ist richtig was ich gemacht habe so hier ist die mitte 123 platz 123 platz ja ja wir wollen es ja gleichmäßig haben so dann mache ich von hier aus direkt die verbindung immer genau auf den fuß hier also hier wegen immer gerade hier ein computer drauf damit ich weiß dass sie diese super computer rauskommen ob man nicht hier hin sondern hier vorne hin wenn wir uns schon unsere regeln halten also hier an regeln halten wollen dann machen wir das ordentlich so auf die spitze legen wir drauf was wir brauchen und auf den oft ein fundament weiterlegen wir drauf was rauskommt und dann ins system läuft gut dann hier geguckt super computer standard rezept also computer wir nehmen auf jeden fall die manager pector ist dafür das heißt wir machen hier 12 lassen diesmal drei frei weil wir hier vier eingänge haben das ist mir sonst zu eng so müssen wir gucken wie viele computer wir brauchen 3,75 computer 3,75 computer ich würde gerne das krieger haben doch genau das was wir brauchen das komischerweise so das heißt wir können das auch direkt zu bauen moment stopp jetzt mal schauen ob ich was von fließband brauche plastik brauche ich von fließband auf jeden fall das hole ich mir auch vom fließband das ist das was ich meine mit es gibt sachen die hole ich mir lieber vom fließband direkt und ich muss gucken welche ausgänge wohin gehen damit das ordentliche aussieht 2 und was 52,5 plastik was sind das sind für grumme zahlen hier 53 mal 53 ist eine ganz schön grumme zahl aber ist halt so aber ich weiß dann auch dass das so grumme zahlen sind was so ganz komisch ist und dann gehst du nämlich nicht hier rein sondern gehst direkt in der rei so muss das sein so das ist dann der das andere werden die limiter kupfer und quick wires quick wires aber leider kein kupfer dabei ist jetzt die frage nehme ich das krieg war ja von ihrem fließband oder noch hole ich mir das direkt der vorteil wäre dadurch dass das hier baue ich kann es mir von direkt von da drüben holen das krieg war ja dann müsste ich jetzt nicht extra einmal hinten rum bauen und dann über das fließband und rein und auch sagen dass ich hier das quick wire hier rüber ziehe und direkt hier rein laufen lassen das wäre halt auch eine option ok das machen wir glaube ich auch so dafür dass ich alles ich brauche für alles quick wire also brauche ich die auch hier hin wenn das quick wire rezept dann ist also gibt ja kein anderes mehr dafür also meine faktors brauche ich dafür dass ich dann platz quatsch sembler brauche ich dafür so das jetzt aber andersrum machen dass die auf einer höhe sind hier wie viele brauche ich dafür ich konnte von dem jetzt auch sogar schon hingehen und dann teilen das ist gut dass ich hier so viel platz habe 3,75 heißt 2,5 und davon die hälfte sind 1,25 und 3 2,5 plus bis 25 sind 3,75 das heißt ein viertel und dem hier muss ich teilen das würde heißer es würde bedeuten ich teile hier einmal so weil ich hier einmal und das eine geht dann da ein aufs fließband so hier kommt jetzt ein sammlerwürfel zwischen so zur erklärung hier gehen jetzt 5 rein 2,5 gehen hier rein 2,5 gehen hier rein hier wird nochmal geteilt auf 1,75 1,25 da auch 1,25 die wiederum hier mit rein laufen also 2,5 plus 1,25 und dann 3,75 so die lassen wir jetzt da in die anlage laufen schlauerweise sieht schief aus ist aber nicht ich habe spinnenfieber passt schon so und hier gehen 1,25 gehen jetzt hier lasse ich jetzt hochgehen hier wieder runter dann gehen die hier schön ins system rein das heißt da fühlt sich das lager langsam trotzdem auf hinten ja umso länger es läuft es so viel voller wird das lager mal controller drauf ein und ich muss ein bisschen zurück tun ja gesagt hier mal auf ein fundament weit mit limiter nicht controller limiter sascha limiter so dann habe ich auch mein habe ich erstmal mein lager bestand voll und ich habe hier mein ins weg gefüllt so kann man schön seine items vierteln das ist eine sache von wenn man es man muss ein bisschen logisch dran gehen logischerweise logisch dran gehen logischer weiter aber ja es ist ein bisschen denken und dann kann man das mit diesem split dann halt super geil teilen die items weil es ist halt immer so 1 2 3 sind die ausgänge 1 2 3 1 2 3 1 2 3 wenn wir den nicht benutzt dann 1 2 3 4 5 6 7 8 und dann wird es immer geteilt ich könnte auch direkt drei ausgänge benutzen kommt das gleich hinaus ich muss ja irgendwo dann wieder einbinden so dann habe ich hier die elementer schon die quick wires sowie die copper sheets copper sheets wurde ich mir jetzt von der seite hier auch zu auch copper sheets zufälligerweise das heißt da könnte ich ja sogar kombinieren sind so grumme zahlen 26,25 second boards genau da will ich auch meine quick wires arbeiten also das alternative rezept also müssen wir uns von hier holen das ist dann genau wie da vorne so der braucht wie viel gummi 45 45 und 40 habe ich keinen gummi mehr doch da 45 so das andere wäre okay das hole ich mir von rechts und die zirken boards die baue ich das heißt die zirken boards würde ich jetzt hier hinsetzen dafür brauche ich sampler andersrum schauen wie viel ich brauche so second boards da produziere ich 7,5 ich brauche 26 irgendwas 26 25 26 25 ich wollte das machen 8,75 was wir gerade überlegen mal zwei sind das 16 das 17,5 8,5 17 sind 25 sind 26,7 okay genau drei von denen also dann ist das alles schön mit den quickwires auch zusammen brauche ich genau drei sampler was das genau easy so dann so collector die richtung bitte so aber bitte in die richtung ach bin ich froh dass ich das nicht verlernt habe hier so das sind 123 nz ich habe schon eingestellt mit dem alternativen rezept natürlich das ist halt natürlich die voraussetzung dass die leute die alternativen rezepte haben das ist wenn ich alles mit standard rezepten bauen würde oh gott das wäre noch mal eine ganz andere klasse so gut machen gleich irgendwo wo es passt hier so eine quickwire line rüber weil die brauchen auch quickwire und passt das nämlich brauchen aber auch plastik das heißt wir machen jetzt hier 1 2 3 4 5 6 so das machen wir jetzt hier ist was quickwire die gegen bahn machen wir dann für plastik der jungs weise wir müssen auf jeden fall mal aufpassen was wir jetzt hier genau machen weil wir müssen das quickwire ja auch erstmal hier rüber bekommen ich glaube es ist andersrum besser machen wir andersrum gleiches prinzip andersrum gehe ich lieber hin und hole mir das plastik von hier auch nicht in den letzten hier reingehen oder bräuchte auch plastik für männer die plastik 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 so das ist mit absicht so weil ich dann den vorteil habe dass ich hier das quickwire rauslaufen lassen kann kann ich das ins system laufen lassen das ist halt ein vorteil das ist halt ein reinges und hier muss das krieg war ja gleich rein ja da muss ich mir überlegen wie ich es genau mache das ist einfach so laufen lasse plastik brauche ich jetzt wie viel 12,5 mal drei sind 30 37 5 37 5 also 38 plastik ich weiß nicht plötzlich so schauen wir gerade hier viel krieg war ja hier hier brauchen die laufen jetzt alle da rein und wir holen wir von da das sind die limiter und dann brauchen wir nur noch die quick wires genau die holen uns ja von hier du brauchst quick wires und copper sheets die copper sheets holen wir uns von vorne das machen wir uns jetzt mal ganz einfach indem wir einfach das ding hier anbauen so hat nicht ganz geklappt machen was anders da noch platz ja das platz 12 so dann machen wir hier zu lauf wieder copper sheets wir brauchen wir für dich genau 5 die limiter 25 pro minute legen wir uns die schmerz vor wo sind es ja da 25 so muss das auch erledigt sondern wir jetzt hier der gedanke brauchen wir hier auch quick wire wir wollen nur noch die highspeed controller das war's also die würde ich mit dem standard rezept auf jeden fall machen ich habe ja gerade die computer dass die high speed limiter dafür brauche ich wiederum zocken boards die habe ich mir gerade schon vorne gemacht richtig richtig dafür sind ja die hier genau die produzieren genau das was ich brauche um das ding zu versorgen jetzt wäre die idee dahinter weil ich die ja hier auch brauche die second boards das letzte was in der highspeed controller brauche er wiederum zirken boards braucht wie viel der braucht müssen wir gucken ich das noch mal hier geben jungsweise nein ich brauche das jetzt hier nehmen wenn wir das ein bisschen näher dran bauen das ist das letzte item was da reingeht ja dann wollen wir das mal einmal versetzt und wenn man sieht dass das hier auch extra ist das ist so 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 mal gucken wie viele ich damit produzieren kann also diese die karte will ich nicht benutzen ich bleibe schon mal die karte werden zwar schön mit drei stück pro ding aber ich will die normalen benutzen und sogar besser 3,75 nicht davon zwei stück baue dann habe ich 67,5 das heißt ich habe zwei über also 1,5 habe ich über könnte ich die 1,5 auch wiederum in die base laufen lassen teile ich die zweimal oder sowas das können wir dann wieder ausprobieren sicher dass wir schon gemacht haben jetzt dann noch mal ein bisschen spezieller den rest habe ich ja das heißt die highspeed controller also ich brauche zwei von diesen fabriken auf jeden fall zwei so jetzt muss man gerade überlegen also entweder gehe ich hin und teile einfach einen direkt ich den geteilt durch also ich habe 7,5 habe ich minus die 5,6 bei 5 ja industrie 5,7 sagen jetzt einfach mal von 7,5 das heißt ich habe 1,8 das heißt die hälfte von dem hier zwei mal 1 gemacht sind sich und dann passt es wieder das heißt ich muss nur ein von denen teilen also dann das gleiche spiel von eben hier eben hier den einen rein so so und den kollektor also 112 brauchen wir das heißt er wird jetzt hier geteilt dann geht hier rein in 3,75 wird der geteilt auf 1,8 irgendwas so aber kurz jetzt habe ich mich glaube ich gerade verrechnet oh gott ja so viel zur zählung ich dem tag schon jetzt muss ich ich hatte kommazahlen muss ich leider gestehen ich hasse kommazahlen total so wenn ihr mal nach den taschenrechner über den jungen bild also wir haben brauchen 5,6 25 wir produzieren 3,75 3,75 wer ein taschenrechter hat kann jetzt zur hand nehmen das teilen wir durch 2 dann sind wir bei 1,8 75 diese 1,8 75 plus 3,75 3,75 dann sind wir bei 5,6 25 das heißt wir müssen hier kein dass das was ich jetzt gerade gebaut habe ist vierteln wir müssen den nur halbieren das heißt es geht hier rein wie schon gesagt aber ich nehme jetzt ein strang der dann zum fließband geht direkt also zum lager geht und das andere geht hier rein dann haben wir hier genau 3,75 die wir brauchen es ist einer falsche würfel 2 so das hier müssen wir jetzt auf die bahn legen ich mache das aber mal schön und ich möchte das nicht die ganze zeit so hässlich da haben einmal darüber hier kommen jetzt 1,3 75 wir kommen jetzt 1,3 7 schauen ob es bis hierhin reicht ich glaube nicht es wird zu lang sein und ich habe ganz viel glück passt sogar so manchmal hat so hier legen wir das war das jetzt ein zirken behaupten ein spiel high speed controller menschens kinder was los heute so legen wir jetzt hier drauf dann wissen wir dass wir hier heißt wie controller drauf bekommen und die anderen die jetzt hier reingehen die gehen hier drauf und immer was klappen hier so und sobald das lager hier voll ist wird nicht passieren weil wir kümmern uns darum dass wir hinten schredder hin bauen damit das nicht irgendwo stoppt dann läuft das jetzt hier immer perfekt weiter das einzige was passieren könnte ist dass das hier voll läuft das wird sich tun weil es ja durchgängig produziert außer irgendwo kommt eine verstopfung rein und die kann man dann immer aushebeln so das heißt wir haben jetzt das plastik von links wir haben die computer von hier vorne er ist auch angeschlossen wir haben die limiter von dort und wir haben den high speed connector von hier dieser wiederum muss jetzt aber versorgt werden mit kabel require und zirken boards die kabel holen wir uns vom system das vom bussystem wieder mal hier 1 2 3 4 5 6 damit die aufzüge auch direkt passen das zeigt mal so so wie gesagt die kabel holen wir uns vom system genauso wie wir uns dies nicht die zirken boards sondern hier die was ich zurück in bords beziehungsweise können wir uns die auch von hier holen und das hier war hätte ich hier produzierten genau und mir das hier eigentlich weiter bauen müssen wir das nur erweitern hinten die zahl erhöhen müssen wir schauen wie viel zirken boards wir brauchen zirken boards brauchen wir 3,75 pro minute also zweimal sind 7,5 und hier produzieren genau 8,75 ich glaube das andere rezept produziert weniger habe jetzt wieder die idee dass sie wieder teilen wir brauchen 3,75 das heißt wir brauchen 7,5 das heißt wir haben hier 1,25 überfluss gott da 1,25 rauszufiltern wird aber schwer das wird richtig schwer das wird richtig schwer das wird richtig schwer ich gehe vielleicht anders bauer und hole ich mir die von von der platte aber die anderen rezepte sind da blöd dafür na hier plastik kuppa kann man natürlich machen dann sind es genau 7,5 brauchen wir auch nur ein dann müssen wir uns plastik und ob steht von den von der dingens wollen das ist glaube ich ein bisschen leichter auch die auch plastik ok plastik können wir hiermit abknüpfen erweitern wir das jetzt von hier aus bis hierhin wir brauchen ja auch nur einmal mehr 30 plastik das heißt das was wir vorne an plastik liegen haben müssen wir jetzt nur erweitern es waren glaube ich 32 oder so was oder 36 30 also 68 68 plastik oder diese auto safe das mache ich jetzt aber noch ihn schließe ich jetzt gerade noch an dann bleibe ich davor stehen und macht dann morgen weiter ich jetzt blöd dass es hier das kühl war ja genau durchläuft ist vielleicht doch nicht gerade die beste idee gewesen ich muss leider nämlich heute noch mal nacht zur nachtschicht meines feiertag und man kriegt ja mehr geld dafür das ist ja schon mal ein netter bonus so und hier kommt jetzt was rein und die kopperschieds müssen wir uns dann leider von fließband holen kann aber mal gerade schauen ob ich die hier irgendwie anders bekomme aber hier laufen mich schon welche rein so das heißt ich müsste nur von hier in splitter rein bauen so das gebäude hier rum also bis hier ich würde gefragt funktioniert das ach du scheiß kommen was der hier baut muss das hier irgendwie es war leider nicht so schön wie ich es dachte ich muss mich jetzt wirklich 1212 normalerweise müsste das genau passen irgendwas brauche ich gerade falsch und richtig so egal passt jetzt keine ahnung was ich eben anders gemacht habe aber passt jetzt da waren die kopperschieds hier waren die kopperschieds dabei so hier diesen kopperschieds jetzt dran die gehen dann hier runter der überschuss und geht dann direkt hier in das lager in die fabrik hier rein baut dann die circle boards für das sind wie viel mehr ich glaube 15 waren das 15 und du gehst dann jetzt mit deinen circle boards die 7,5 genau hier rein genau hier rein ja weiß ich muss jetzt von hier aus eigentlich ganz genau geradeaus durch würde ich gerne nicht so machen wollen müsste aber genau da rein so machen wir das hier mit es sieht schöner aus und auch effektiver hier vorne müssen keine quickquires rein oder auch so quickquires oh gott auch quickquires irgendwas anderes was 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 trick 17 hat es geschafft bei tricks ist es eigentlich selbst verarschung jungs weise muss ich das hier anders behaupten denn ich will ihn ja hier unten rein haben es ist eine reiheit im 204 bei was das so und wir brauchen bauen jetzt hier den aufzug dran er dann hier um schwenkt und da drauf geht nein warum was jetzt ich baue es mal zurück oh das ist echt zu nah dran das habe ich nicht erwartet scheiße ich verzählt okay das habe ich jetzt nicht erwartet wir können es anders machen ganz anders ja ich bin sehr leider zu perfektionistisch von schrecklich warum geht das denn jetzt nicht um so schlimm schade jeder gut noch steht hier nicht so viel ich könnte es noch schieben das 1 mehr rüber 2 ich tisch ich tisch 1 2 2 2 3 4 4 2 3 4 5 5 was war das denn jetzt das waren die second boards ich muss das kupfer noch gerade erweitern bevor ich jetzt höre damit ich mich da bloß nicht verrechnen das war nur eine fabrik richtig das war nur eine fabrik und 20 kopperschieds mehr brauche ich was richtig wie war das plastik ist so falsch 15 plus 25 40 so was wenn ich hier keine fehler drin habe ich darf hier in der line keine fehler drin haben 40 40 40 40 40 40 40 ich glaube ich komme zu spät zur arbeit gleich schrecklich oder wenn man noch so was fertig bekommen will im letzten moment so hier ist nicht schlimm hier geht es nur darum dass ich jetzt noch hier den aufzug dran baue dann bleibe ich hier stehen und mache morgen hier weiter beziehungsweise morgen nicht nein morgen werde ich nicht stream weil ich morgen nicht da bin beziehungsweise erst abends bin er so gegen 18 19 uhr wieder da und möchte dann morgen abend in eta das rollenspiel weitermachen mit führerschein machen und ist das die planung so gut da dran so und übermorgen also am freitag werde ich dann wieder satisfaktoren weitermachen dann schauen wir dass wir hier die basis weiter kommen jetzt passt es halt genau ich habe mich genau um ein verrechnet so wenn wir dran sind 1 2 3 4 5 6 ach so wenn wir dran sind 6 nicht den ersten mit zählen dran sind 6 außer man macht ein weniger wenn man es direkt anbauen will also mal jetzt hier so einen ersten dran bauen will dann muss man ein weniger machen dann passt das auch ganz genau deswegen habe ich eigentlich auch gemacht gehabt so und von hier so das ist jetzt für kabels kann man noch ganz schnell machen man sich beeilen muss nicht schrecklich kabel brauche ich 37 5 mal 2 60 plus 15 75 75 kabel so machen wir jetzt feierabend ich komme sonst gleich wirklich zu spät dass wir eine katastrophe eine katastrophe nicht aber wäre nicht wenn ich gut und ich werde jetzt hier ausloggen weil ich wie gesagt hier noch gerade mal hier einfach nur aus blödsinn hier so eine linie nämlich daran ja damit ich weiß dass hier noch was fehlt dass ihr die krieg war das noch rein müssen und die da müssen wir auch noch anschließen richtig dann habe ich für mich jetzt gerade so zwei x punkte gemacht ja wie gesagt ich muss weiter zur arbeit und würde jetzt noch was weiter spielen tut mir leid dass es heute so geleckt hat ich werde mal am wochenende bzw nächste woche meinen internetanbieter mal anrufen was die scheiße soll weil inzwischen weiß ich dass es am internetanbieter liegt nicht mehr nicht an meinem pc oder sonst irgendwas und ja das muss erklärt werden das kann einfach nicht sein sonst muss ich dann wieder wechseln und scheiße ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche bei youtube werde ich das auch hochladen was ich heute gemacht habe und jetzt schaut gerne freitag wieder rein morgen ist gta freitag also morgen abend ist gta 18 uhr um 19 uhr und am freitag mache ich dann noch mal mache ich wieder satisfactory und dann versuche ich zum wochenende samstag sonntag wenn nichts dazwischen kommt samstag wahrscheinlich nicht aber dann würde ich nochmal gta machen und das jetzt gerne im wechsel machen damit ich beides machen kann und viel basteln kann danke fürs zuschauen viel spaß ich schicke euch jetzt noch weiter und gucken wer noch da ist und schönen abend noch